Einen wunderschönen guten Morgen. Jaroslav, vielen Dank für das Signal. Der Stream läuft. Das ist Dienstag, der 12. Mai 2015. Wir haben 10.06 Uhr. Wir haben einige Tagesordnungspunkte, die etwas mehr Diskussionsbedarf bedürfen heute. Wir haben noch alle Anträge von letzter Woche Freitag, da wir im Antragsmandel nicht beschlussfähig waren, was ich sehr bedauere. Von daher werden wir noch ein paar Anträge diskutieren müssen. Soweit kurz vorab. Es liegen mehrere Anträge auf nicht öffentliche Teile von gestern Morgen vor Eintritt in die Vorstandssitzung vor. Das ist einmal relativ wichtig vom letzten Mal, weil es hinten runtergefallen war, zeitig eine kurze Mitteilung vom Landesschatzmeister über Toso. Gerade nachgefragt mit 10 Minuten. Dann die Ausschreibung für die Datenschutzbeauftragung via Moni, 15 Minuten. Und ich habe noch mal einen kleinen informationstechnischen Teil für den Bereich der sogenannten Verhaltensregeln. Wobei ich jetzt gerade noch mal gesehen habe, dass ihr da gestern reagiert habt bereits drauf. Dann mache ich da 15 Minuten draus. Das heißt, wir hätten insgesamt einen Teil von 45 Minuten im Augenblick in der Beantragung. Gibt es hierzu Fragen eurerseits? Daniel? Ich spiele einfach nur den Proxy, weil ich die Mailingliste vorhin noch gelesen hatte. Daniel Schwer, sehe ich noch nicht, ist noch nicht da, aber hatte vorhin auch noch darum gebeten, etwas mit in den nicht öffentlichen Teil zu nehmen. Ich würde das gerne formell dann für ihn übernehmen, da er das jetzt nicht beantragen kann. Da wir diese Situation schon mehrfach hatten, ich das auch voll und ganz nachvollziehen kann, wir aber sowieso schon eine relativ volle TO haben, würde ich vorschlagen, damit dies ähnlich wie bei Toso's Geschichte nicht hinten runterfällt, dass wir dies dann nächste Woche mit ganz normal auf die Tagesordnung setzen und nicht heute. Denn jetzt Viertel nach neun morgens ist mir das ja gut. Ich gehe da jetzt sehr unvorbereitet dann in die Geschichte rein. Wenn wir es dran kriegen, gut. Wenn wir es nicht schaffen, dann kommt es halt auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dran. Wir können es halt mit aufnehmen, aber auch was zeitlich schaffen, weiß ich nicht. Aber ich finde es nicht gut, hinzugehen und, keine Ahnung, Dreiviertelstunde von der Fraktionssitzung nicht öffentlichen Teil zu beantragen. Das ist eine Art und Weise, die ich auch vorbereitungstechnisch als nicht adäquat betrachte. Das will ich einfach nur einmal so hier jetzt festgehalten haben. Weil ich sehe jetzt hier auch keine Zeitangabe. Zeiteinschätzung. Es könnte ein Thema sein, wo wir uns nur intern beschäftigen. Nun gut. Michelle. Ja, wir haben Regeln dazu. Ja, wir haben uns darauf geeinigt. Trotzdem ist das totaler Bullshit. Wir haben schon hier gesessen. Und in der Runde haben Leute noch gesagt, wir wollen nicht öffentliche Teile. Ja, das ist unvorbereitet. Und vielleicht ist auch die Diskussion dann doof. Aber jetzt einfach das auf die nächste Woche zu schieben, obwohl es beantragt wurde, halte ich also. Jetzt hast du ja gesagt, wir machen es. Aber das hielt dich für schwierig. Und wir sollten uns dann vielleicht darüber grundsätzlich noch mal Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Weil entweder dieses Meckern kommt jedes Mal, was ich verstehen kann, dass kurzfristig nicht öffentliche Teile beantragt werden, oder kurzfristig was auf die TO kommt. Ich kann das verstehen. Aber man darf einfach nicht mit zweierlei Maß messen. Bei der einen Sache ist das völlig in Ordnung, wenn hier noch bei der Zusammenstellung der TO irgendwas beantragt wird. Und bei der anderen Sache ist es dann plötzlich irgendwie doof. Es steht ja eh schon drauf. Von daher... Also jetzt noch Frank Dirk. Ja, bei der Gelegenheit... Frank Dirk. Ach so, Entschuldigung. Nein, Frank war zuerst. Bei der Gelegenheit nur kurze Anmerkung. Michelle, gerade weil du ja Satzungsmensch bist, wolltest du nicht mal einen Entwurf für eine Geschäftsordnung machen? Nein, halten wir uns eh nicht drauf. Wir haben keine. Aber wenn wir einer hätten... Wir haben dafür eigentlich eine Vereinbarung gemacht. Das war eine Idee. War nur eine Idee. Was nicht in der Vorstandsitzung ist, kommt nicht dran. Das werden wir vereinbar machen. Die brechen wir regelmäßig. Jetzt zu sagen, wir brechen sie nicht. Jetzt halten wir uns dran. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, eine neue Geschäftsordnung, überhaupt eine Geschäftsordnung. Nun gut. Dirk. Nein, ich ziehe zurück. Wunderbar. Also wir haben auf jeden Fall die 45 Minuten plus X. Von daher möchte ich über diese nicht öffentlichen Teile der Tagesordnung abstimmen. Wer ist für die Einrichtung der nicht öffentlichen Teile wie besprochen? Ich sehe, das ist einstimmig. Vielen Dank. Ganz kurz fürs Protokoll. Ich sehe, wir sind beschlussfähig. Und damit kämen wir zu Top 2 Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Und da würde ich von vornherein Ingo ganz gerne das Wort geben. Ja, schönen guten Morgen. Thematisch ist es in dieser Woche relativ ruhig hier im Landtag, wenn ich so die Tagesordnungen und die Ausschusssitzungen angucke. Wir kümmern uns ansonsten schwerpunktmäßig um die anstehenden Veranstaltungen, die wir auf der Agenda haben. 20. Mai FSA mit Blick nach Berlin. 23. Mai Ökonomie der Zukunft, wo Joachim von uns vor Ort sein wird. Außerdem sind wir natürlich dran, das Plenum für nächste Woche vorzubereiten mit den Ereignissen und Anträgen und sonstigen Dingen, die wir da so in der Pipeline haben. Und dann haben wir in dieser Woche noch das Themenmumble und das Antragsmumble. Die stehen aber beide auch noch mal separat auf der Tagesordnung von heute. Von daher fasse ich mich zu den beiden Themen kurz. Und ansonsten wisst ihr ja, dass wir uns momentan damit beschäftigen, eine Medienpräsenzanalyse zu erstellen, respektive erstellen zu lassen und wir da auf den Dienstleister in Gesprächen sind. Da liegt jetzt ein konkretes Angebot vor. Da besprechen wir das noch auf Vorstandsebene. Da sind wir also dran. Moni, möchtest du kurz? Als kommissarischer Fraktionsgeschäftsführer. Auch ganz kurz, der Einfachheit halber habe ich den Stand der Dinge zu einem Bewerbungsverfahren gestern im Vorstand noch mal erläutert und habe das ins Protokoll aufnehmen lassen, sodass ihr da nachschauen könnt, wie wir in den einzelnen Verfahren stehen, an welchem Punkt. Ich möchte zu dem, zu der Ausschreibung Campaigning noch zwei Sätze sagen. Wir hatten uns dem Vorstand darauf geeinigt, da wir ja jetzt ja nicht die sogenannten Fachabgeordneten haben, die, sage ich mal, sich dann auch die Bewerbungsunterlagen anschauen. Möchte ich diejenigen, die da Interesse dran haben, auch sich das anzuschauen und kreuzend zu machen, wen wir zur Bewerbung einladen, möchte ich bitten, sich halt die Unterlagen beim Grampi zu holen. Die liegen da. Möchte aber auch darauf hinweisen, dass ihr das bitte spätestens einen Tag später wieder zurückgebt, weil wir können das jetzt nicht an vier Leute jeweils für eine Woche verleihen. Das wird dann schwierig. Wir möchten das wirklich zügig vorantreiben und möchten euch aber trotzdem die Gelegenheit geben, da reinzuschauen, denjenigen, die da Interesse dran haben. Also wenn ihr das machen möchtet, macht das. Und wir gucken dann mal, wer sich auch da mit bemüht hat. Und wir gucken dann auch nachher, wer bei den Bewerbungsbesprächen dabei ist. Könnt ihr gerne machen. Das war es das Wichtigste im Moment von mir. Das ist nachher noch mal ein Tagesordnungspunkt, was mit den Angaben da, das brauchen wir jetzt nicht. Ich schaue mal gerade. Gibt es noch Fragen zu dem Vorstandsprotokoll gerade rückwirkend? Dann würde ich jetzt weitergehen. Dann, oh, entschuldige, Dietmar. Dann würde ich zur Nachbesprechung des letzten Kliniums kommen. Ja, gerne. Es gab am 21. April eine Fraktionssitzung, in der Thema war die Frage der Veröffentlichung von Zahlungen an Dienstleister. Es gab eine Diskussion hier innerhalb der Fraktion, wonach oder in der unter anderem die Behauptung aufgestellt worden ist. Toso, bitte korrigiere mich, wenn das so nicht richtig wiedergegeben ist, wonach also der Vorstand respektive die Fraktion eine öffentliche Stelle nach dem IFG sei und dass der Fraktionsvorstand Fristen versäumt habe hinsichtlich einer Anfrage von Birgit. Und wenn denn der Vorstand nicht wisse, dass er nach dem IFG auskunftspflichtig sei, dann mache er seine Arbeit schlecht. Woraufhin ich geäußert hatte, dass, und ich glaube Nico auch, dass weder der Fraktionsvorstand noch die Fraktion eine öffentliche Stelle nach dem IFG ist, woraufhin ich mich des Anwurfs ausgesetzt sehen durfte, es sei wohl besser, ich sei nicht mehr Anwalt, sondern nur Jurist. Ich habe daraufhin auch im Vorfeld meiner Erläuterung, dass eben die Fraktion wie aber auch der Vorstand keine Stelle nach dem IFG ist, angeführt, dass man im Zusammenhang mit der Anfrage, die der Sache zugrunde lag, den Justiziar hätte diesbezüglich einmal befragen können. Das habe ich nachträglich getan. Die Frage lautete, ob der Fraktionsvorstand respektive die Fraktion eine Stelle nach dem IFG sei, so wie die Behauptung hier im Raum stand, die Antwort des Justiziars liegt mir vor, in schriftlicher Form. Es bestehen keine Informationsansprüche gegen die Fraktion oder den Fraktionsvorstand nach dem IFG NRW. Nach § 2 Absatz 2 Satz 1 IFG NRW gilt das IFG ausdrücklich für den Landtag nur insoweit, als dieser Verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Die Fraktionen sind Gliederungen bzw. Teil des Parlaments. § 1 Absatz 1 des Fraktionsgesetzes liegt dem zugrunde. Sie, die Fraktionen, helfen ihren Mitgliedern, ihre parlamentarische Tätigkeit auszuüben und zur Verfolgung gemeinsamer Ziele aufeinander abzustimmen. Sie wirken unmittelbar auf den parlamentarisch-politischen Willensbildungsprozess. Dies folgt aus § 1 Absatz 2 Satz 2 des Fraktionsgesetzes. Danach üben Fraktionen und also auch Fraktionsvorstände keine Verwaltungstätigkeit aus. Folglich gilt das IFG NRW nicht für sie. Ende der Mitteilung. Dankeschön. Ich war eine zehntel Sekunde schneller. Vielen Dank. Ich fände es super, wenn du diesen Vermerk des Justiziariats dem Protokoll dann sozusagen per Copy-Paste zur Verfügung stellst. Einfach damit wir sozusagen rechtliche Klarstellungen auch verbrieft wissen. Es ist schön, Fakten als Fakten hinzustellen und Meinungen sind Meinungen. Von daher vielen Dank. Toso. Genau. Fakten sind Fakten, Meinungen sind Meinungen. Jeder, der sich schon mal mit Juristerei beschäftigt, weiß, dass die Aussage eines Justiziats auch eine Meinung ist und halt kein Faktum. Faktum ist es, wenn es vom Bundesverfassungsgericht durchgeurteilt ist. Dieser Fall ist nicht eingetreten bisher. Und von daher gibt es mehrere juristische Meinungen zu dem Thema. Vielen Dank. Ganz kurz, weil ich zu diesem Thema keine große Diskussion hier jetzt möchte, nicht weil ich die Diskussion abwürgen möchte, sondern weil ich weiß, dass wir andere Dinge zu tun haben. Ich sehe auch Dietmers Handmeldung. Toso, die Sache mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil würde ich mir dann wünschen, wenn du diese belegen würdest und nicht einfach so als Tatsache in den Raum stellst. Denn ich glaube, das wird argumentativ nicht so leicht, dies einfach so in den Raum zu stellen. Und von daher die Juristerei bzw. die auch hier anwesenden Anwälte von vornherein als nicht meinungsfähig darzustellen, empfinde ich hier jetzt als PG auch nicht so richtig zielführend. Und Dietmar, ich würde mir wünschen, du würdest von deiner nachträglichen Meldung absehen, damit wir in der Sache weiterkommen könnten. Ich würde es mir wünschen. Ansonsten, du stehst drauf. Toso, du hast natürlich vollkommen recht. Es gibt aber meines Wissens kein laufendes Verfahren, welches durch dich angestrengt worden ist, um deine Meinung zu untermauern. Ich habe aufgrund des öffentlich erklärten Anwurfs, sowohl gegenüber dem Fraktionsvorstand, wie aber auch gegenüber mir persönlich, das hier so sachlich wie möglich ausgeführt, um dir die Gelegenheit zu geben, dich zu gegebener Zeit, vielleicht nach dem, nachdem du mal darüber geschlafen hast, dahin zu bewegen, dich sowohl beim Vorstand als auch bei mir persönlich zu entschuldigen. Dankeschön. Dann sind wir mit dieser kleinen zusätzlichen Erläuterung. Daniel, bitte. Ich dachte, das wäre neu, wenn das jemand machen würde. Ich rechne nicht mit meinen Schulden. Okay. Damit wären wir mit Top 2 soweit durch, außer es gibt weiteren Gesprächsbedarf hierzu. Dann würde ich gerne zu Top 3 kommen, der Nachbesprechung des letzten Plenums. Das ist ja nicht so lange her. Von meiner Warte aus als PG möchte ich anmerken, dass ich es mir wünschen würde. Ich bin im Übrigen mit den Inhalten und der Behandlung vom letzten Plenum persönlich äußerst zufrieden, aber mit dem Arbeitsaufwand, der betrieben werden musste, nicht ganz so zufrieden. Denn auch ich habe irgendwann, wie möchte ich sagen, körperliche Bedürfnisse im Laufe eines Tages, wenn man da so zwei, drei, vier Stunden am Stück sitzt. Und auch ich brauche dann und habe auch Stellvertretungen, auf die ich zurückgreifen kann, die aber aufgrund in Kombination mit Obleuterunden, wie auch immer, dass es zeitlich sehr, sehr eng werden kann. Und wenn ich dann schaue, dass ich mehr oder weniger... Daniel Schwert, ich bitte den Einwurf, ich würde hier Mimimi betreiben, jetzt nicht angemessen, das kann ich gerade auch nicht hören. Ich sage ganz einfach nur, ich möchte mir wünschen, dass ich nicht zwei, drei Stunden am Stück mit drei Leuten da sitze und man dann vielleicht auch mal zwischendurch kurz nachfragt oder mal schaut, dass man die alte, wie soll ich sagen, nicht schriftlich fixierte Abmachung, dass man einmal nach links schaut, einmal nach rechts schaut, wo sind die anderen, dass man dann vielleicht nicht auch einfach sich von dannen geht. Also wenn man miteinander spricht zwischendurch. So, dann sehe ich eine Meldung von Moni. Ja, das Problem hatte sich ja dadurch verschärft, dass wir am Donnerstag fünf Leute hatten, die nicht da waren. Das heißt, wir waren nur mit 14 Leuten da. Abgemeldet natürlich, kein Vorwurf, um Gottes Willen. Aber wenn wir wissen, dass einige Leute fehlen, dann müssen wir einfach irgendwie uns schon überlegen, alle anderen, dass das für uns heißt, dass das ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Weil, ne, ich habe zu diesen Leuten gehört, die dann zweieinhalb Stunden da am Stück irgendwie gesessen haben und ich dachte auch irgendwie, wenn ich jetzt noch gehe, dann sitzen nur noch zwei da. Das ist dann noch übler. Dass wir einfach so ein bisschen darauf achten und mal eben gucken oder wir hatten ja auch mal überlegt, eventuell uns mit Nachbarn irgendwie abzusprechen und zu gucken, wann hast du Obleuterunde, wie schauten bei dir die Termine auf. Das ist der eine Punkt. Was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ich fände es immer noch gut, wenn wir uns vorher gemeinsam kurz treffen und nochmal eben die Tagesordnungspunkte und die Rednerliste durchgehen, weil wir hatten letztes Mal nicht auf dem Schirm, wo es tatsächlich zur Sache geht. Und ich würde mir halt wünschen, dass wir, das muss nicht lange sein, dass wir vielleicht uns zehn Minuten zusammensetzen und einmal durchgehen und gucken, wo sind die Highlights des Tages, nicht von uns gesetzt, sondern auch von anderen. Weil wir dann, wenn wir das nicht wissen, glaube ich manchmal, dann sind wir da nicht so richtig gut darauf vorbereitet und dann spielen wir in dem Spiel nicht mit. Das war jetzt bei dem Jagdgesetz zum Beispiel so. Also ich denke, wenn man da weiß, wo es zur Sache geht, dann kann man vielleicht auch etwas kerniger da noch Stellung beziehen. Und ich finde das immer so schade, wenn da eine große Debatte ist und da geht es hin und her, was ich ja manchmal auch ganz spannend finde und auch witzig finde. Und wir nehmen immer die Luft raus. Also dann kommt ein Redner von uns. Also warum? Das war ja auch nicht Kunst. Ich ist mir jetzt auch nur ein Beispiel. In vielen Dingen. Also ich fände es gut, wenn wir uns vorher darüber eben austauschen würden, was so die Spitzenpunkte am Tag sind, dass das jeder weiß. Oder vielleicht, dass auch die Punkte sind, wo wir halt mit einer etwas größeren Anzahl im Plenum sitzen. Und dann nochmal auch Grampi ergänzend, es spielt offenbar auch überhaupt keine Rolle mehr, ob das unsere eigenen Anträge sind, wo wir alleine sitzen, was ich halt dann auch extrem blöde finde. Dann aber manchmal, was ich so erkenne, dann zu den CDU rüber schreien, ihr seid ja nur fünf. Ist blöd, wenn man dann eine halbe Stunde später auch nur alleine da sitzt. Einfach der Appell echt ist blöd, weiß ich. Ich finde das auch manchmal ganz schrecklich, da Stunde um Stunde zu sitzen. Aber vielleicht kann da jeder nochmal in sich gehen und überlegen, ob er nicht etwas öfter da auftauchen kann. Gibt es weitere Wortmeldungen zum vergangenen Plenum? Ich sehe Daniel Dünge. Zunächst nochmal was Positives. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Fraktionssitzung. Ich glaube, wir haben den Bericht des Vorstands auch schon gehabt. Ich möchte nochmal positiv erwähnen die Arbeit der Pressestelle mit den Fotos und den Statements. Ich glaube, das ist tatsächlich unzweifelhaft sehr erfolgreich gewesen. Im Gegensatz zu vorherigen Tweets, die ja mehr oder weniger im Raum so verschallt sind, sind ja die, ich glaube, wirklich durch die Bank. Also egal, welches Thema oder sonst was tatsächlich retweetet, favorisiert worden oder sonst wie geteilt worden, finde ich sehr gut und ist bestimmt auch noch ausbaufähig. Zu der Sache mit der Anwesenheit. Es kann ja jetzt jeder sagen, was er nicht alles hatte. Das will ich mir tatsächlich auch sparen, weil das ist Unfug. Ich möchte nur das so nicht ganz im Raum oder auch im Video letzten Endes stehen lassen. Wir sind nach wie vor die Fraktion, die hier im Durchschnitt mit ganz, ganz großem Abstand die meisten Leute im Plenum hat, also im Verhältnis. Ich finde es trotzdem affig, wie du gerade sagst, irgendwie zu CDU rüberzurufen. Die sind zu fünft oder irgendwie sowas. Das mag mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht ganz witzig sein, aber das können wir dann hier dem Kollegen Bell und so weiter überlassen. Der macht das jedes Mal und merkt gar nicht, dass er selber nur zu dritten in seiner Fraktion sitzt. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich glaube, wichtig ist die Ansage dadurch, dass wir uns alle da wirklich noch mal so ein bisschen sensibilisieren und gucken, dass das irgendwie möglich ist. Ansonsten und deswegen eigentlich mein Statement noch dazu. Ich finde die Plenartage, so wie sie letzte Woche waren oder vorletzte Woche waren, finde ich die einfach scheiße. Ich finde die wesentlich zu lang. Ich habe auch keinen Bock, da elf, zwölf Stunden oder sowas irgendwie konzentriert zu sitzen, zu arbeiten, währenddessen noch eigene Reden irgendwie zu halten und so weiter und so fort. Ich finde die Verfahrensweise scheiße. Wir haben das 2012 bereits kritisiert und erkannt. Daran ist nichts passiert. Ganz im Gegenteil, dieses Jahr sind noch mal sechs Plenartage weniger als im letzten Jahr. Das Ganze wird noch mal irgendwie weiter gestrafft. Ich bin dafür, dass wir an der Stelle wirklich dann auch und da ist mein Plädoyer in Richtung Joachim und Grumpy, dass wir da wirklich mit Druck dafür sorgen, dass es einfach mehr Plenartage gibt, die dann halt einfach mal bei Bedarf dann auch gerne entfallen können. Ich weiß, dass die anderen Fraktionen das doof finden, wenn Plenartage entfallen, weil das immer negative Presse oder sowas gibt. Soll uns an der Stelle aber einfach nicht interessieren und jucken. Ich halte es für, also jeder, also pädagogisch, psychologisch, physiologisch, macht so einen 10, 11-Stunden-Tag im Plenum einfach keinen Sinn für niemanden hier. Und wir wissen, es ist ja nicht so, dass die Leute sich irgendwo die Eier schaukeln in den Büros. Hier wird halt während des Plenums halt tatsächlich auch gearbeitet. Die Tage sind anstrengend und ich finde, man kann das ganz easy wirklich entzerren, indem es einfach ein paar Plenartage mehr gibt. Dann haben wir auch Zeit. Und dann kommt auch nicht so eine Scheiße, wie im letzten Tagesordnungspunkt, wo Olaf unseren Antrag vorgestellt hat, sich erdreistet hat, zu zwei Kurzinterventionen sich anzumelden. Da müssen wir eigentlich mit Steinen werfen hier im Plenum, wenn die anderen sich darüber beschweren, dass Olaf sich zu Kurzinterventionen meldet. Wir sitzen aber ruhig da. Nico und ich waren die Einzigen, die sich an der Stelle überhaupt mal in Richtung der anderen Fraktionen empört haben. In den Büros vielleicht auch, Björn, weiß ich nicht. Also da vielleicht ein bisschen Fingerspitzengefühl. Uns war dieser letzte Tagesordnungspunkt halt eben enorm wichtig. Und kein Mensch hätte was gesagt, wenn das Top 3 an dem Tag gewesen wäre. Wir können das auch einfach machen. Wir können auch denen eine Garantie geben. Am letzten Tagesordnungspunkt machen wir keine Kurzinterventionen mehr. Dann machen wir aber unsere wichtigen Anträge ganz nach vorne. Das ist egal. Ansonsten ist der letzte Top halt genauso wichtig und wird genauso behandelt wie jeder andere auch. Und ob es ein Gesetzentwurf ist und nochmal eine zweite Lesung kommt und was weiß ich nicht, juckt wirklich überhaupt gar nicht dabei. Ich habe mich kurz selber nochmal auf die Rednerliste gesetzt. War eine andere Meldung vorher? Okay. Die Sache mit den Tagen, das ist sowohl dem Präsidium bewusst als auch dem PG, als auch den anderen Fraktionen. Und für 2016 ist da halt ein anderer Entwurf in Planung. Der wird sogar heute und morgen besprochen. um dies nämlich zum einen zeitlich zu entzerren oder damit die Möglichkeit gegeben ist und vor allen Dingen damit halt nicht diese, wie soll ich sagen, diese Drucksituation, nennen wir es mal so Zeitdrucksituation, so auftauchen können. Zudem finde ich aber, können wir selber immer wieder schauen, an Plenartagen sind diese Termine, wie wir sie da haben, nötig. Wie das bei den anderen ist, ist mir egal. Ich gucke nur in meinen Kalender oder für mich in den Kalender der Fraktion. Das heißt, ich schaue, dass ich halt genau an Plenartagen keine großen Lobbytermine habe. Und wenn, dann sehe ich zu, dass sie halt in die Abendstunden fallen, nach Möglichkeit, wenn das dann halt überhaupt möglich ist. Ja, ich kann es ja immer nur vorschlagen. Ja, ich kann auch noch mal meine unqualifizierte Meinung abgeben. Ich weiß, dass wir am Anfang gemeckert haben. Ich weiß, dass, bevor wir hier im Landtag waren, ich da oben auf der Empore gestanden habe und in irgendeine Kamera, ich glaube, ich war mit RTL da oben, gesagt habe, dass wir das total doof finden, dass wir Leute, dass wir im Parlament Leute haben wollen, die zuhören und so weiter. Ich glaube, dass wir inzwischen gelernt haben, dass nicht jede Rede für jeden gleich interessant ist, dass es andere Termine gibt, dass es andere Bedürfnisse gibt, dass man reagieren muss auf aktuelle Entwicklungen, dass man da ins Büro geht, dass man vielleicht rauchen gehen will, dass man aufs Klo gehen will, dass man essen gehen will. Eine Mittagspause wurde uns hier nicht zugestanden. Wir haben ja vieles versucht, um das Thema auch ein bisschen zu entzerren, schon seit 2013. Und ich glaube, dass es im Grunde gar nicht schlimm ist, wenn nur wenige Leute da sitzen. Das Schlimme ist tatsächlich der Punkt, dass wir uns dann nicht mehr darüber aufregen dürfen, dass es bei den anderen auch so ist. Also ich möchte einfach nur noch mal von meiner Warte aus sagen, ich habe gar kein Problem damit, wenn da tatsächlich nur fünf Leute sitzen. Dann sollten aber A, diese fünf Leute auch aufpassen, zuhören. Vor allen Dingen, wenn es um unsere Reden geht. Da ist mir aufgefallen, da saßen dann drei Leute und am Ende hat einer mitbekommen, dass meine Rede zu Ende war. Das ist halt ein bisschen dürftig. Und wenn wir dann schon weg sind, dann lasst uns doch bitte so ehrlich sein und sagen, jawohl, das ist so, es gibt andere Termine, es gibt Obleuterunen und so weiter und so weiter. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil hier wird halt während der Zeit im Plenum gearbeitet. Nur dann lasst uns dieses Gemecker weglassen, dass es zu wenige sind, dass es bei den anderen zu wenige sind, sondern lasst uns einfach Ehrlichkeit walten an der Stelle. Simone. Den Unmut muss ich auch noch mal äußern. Selbst wenn man es nicht schafft, dann die fünf Minuten im eigenen Redner zuzuhören. Aber es doch bitte wenigstens auf die Kette zu kriegen, zu gucken, wann ist diese Rede zu Ende. Ich habe das mehrmals, gerade im letzten Plenum gesehen, dass da vielleicht auch fünf, sechs, sieben Leute gesessen haben, da nur zwei geklatscht haben. Und das, ich finde, das geht gar nicht. Also das muss doch, es kann doch nichts gerade so Spannendes sein, außer dass gerade wahrscheinlich Atombomben durch die Gegend fliegen oder so. Das ist doch wahrscheinlich seltener der Fall. Aber dass man es schafft, zum Ende des eigenen Redners, bitte den Kopf zu heben und zu klatschen. Also das ist wirklich so eine, finde ich, eine absolute Minimalforderung. Moni. Ja, ich spreche jetzt auch noch mal aus eigenem Interesse. Du hast recht, Michelle. Mein Eindruck ist aber ehrlich gestanden, dass das häufig die gleichen Leute sind. Ich glaube, ich habe mal gezählt, ich glaube, ich habe sechseinhalb Stunden in diesem Plenum gesessen und ich habe zweieinhalb Stunden tatsächlich da gesessen, ohne dass jemand neu gekommen ist. Und wenn du mir jetzt erklärst, zehn Leute hätten zweieinhalb Stunden lang Termine gehabt und konnten da nicht auftauchen, weil sie tausend andere wichtige Dinge zu tun haben, dann bin ich da etwas kritisch. Ja, deshalb noch mal, ich will auch keinem persönlich hier was vorwerfen, noch mal die Bitte, wenn ihr aber Zeit habt, guckt doch oder kümmert euch doch bitte darum, oder denkt auch immer daran, da sitzen jetzt vielleicht tatsächlich zwei, drei Leute und möchten tatsächlich mal eine Rauchen gehen, weil sie seit zweieinhalb Stunden da sitzen und nicht, wenn da nur noch zwei sitzen, dann auch noch abzuhauen. Also, das war ja irgendwie so die Situation. Und noch mal, das ist jetzt kein Vorwurf, das ist einfach eine Bitte, ein kleines bisschen mit zu überlegen und dann so eine Gesamtverantwortung auch für die Fraktion mitzutragen. Michelle. Okay, also da würde ich gerne kurz einhaken, Moni, weil an einem Punkt hast du recht, Solidarität ist das eine mit den Leuten, die da sitzen. Und die sollte natürlich entsprechend groß sein, dass man sich auch mal darum kümmert, dass jemand auch mal, wie Grumpy am Anfang gesagt hat, körperlichen Bedürfnissen nachkommen kann. Das ist das eine. Das andere ist, welche Gründe jemand hat, nicht da zu sein, ist mir relativ egal. Wer nicht da ist, ist nicht da. Wenn er im Hinterkopf hat, da kommt gleich ein wichtiger Punkt und dann gehe ich ins Plenum, ist das das eine. Das andere ist wirklich, dass man sagt, das mit den zwei, drei Leuten, das spielt alles irgendwie zusammen. Der Grumpy hat es schon gesagt, Solidarität ist das andere, nämlich mit den Leuten, die da tatsächlich sitzen und dann mal jemanden abzulösen und vielleicht auch mal eine halbe Stunde, Stunde sich jemanden anzugucken oder Themen anzugucken, die einen vielleicht nicht so interessieren, wo man selber, wenn man selber nichts anderes zu tun hat, wo man einfach jemandem anders die Möglichkeit gibt, mal, ja, also da bin ich dann total bei dir, bei der Solidarität, die sollte entsprechend groß sein. Ja, da kann man nur appellieren. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir bei Top 3 durch, kämen zu Top 4, dem Antragsmammel. Ähm, Moni. Ja, ich hatte das auf die Tagesordnung gesetzt, ist aber auch nicht neu. Ich glaube, Daniel hatte das auch schon mal irgendwie zwischendurch wieder angekündigt. Wir waren, glaube ich, zu sechst am Freitag. Ich verstehe das, wenn man Termine hat. Ich war halt letztes Mal auch nicht da, vorletzte Mal. Aber wir müssen uns einfach die Frage stellen, macht das dort überhaupt noch Sinn? Also, wenn wir dann jetzt, glaube ich, zum zweiten oder zum dritten Mal da mit fünf oder sechs Leuten sitzen und wir können da nichts abstimmen. Ich meine, ich fand es trotzdem, ich fand es nicht überflüssig, weil es waren ein paar Zuhörer da. Wir sind die Anträge dann doch trotzdem durchgegangen und haben sie halt denen erklärt, die zugehört haben. Und die fanden das, glaube ich, auch ganz okay oder gut, dass wir das gemacht haben. Wir konnten sie halt nicht abstimmen. Aber der ursprüngliche Sinn dieses Antragsmammel, nämlich dort die Anträge schon mal abzustimmen, den erfüllt dieser Termin nicht mehr. Und es hat ja häufig auch Kritik an diesem Tag gegeben. Und ich möchte nicht das Fass jetzt noch mal aufmachen. Das war ja sehr unerquicklich, als wir über andere Tage nachgedacht haben. Da haben wir ja festgestellt, dass es im Grunde eine andere Möglichkeit kaum gibt, wegen dem Antragsdienstag. Und Montag ist so spät und Donnerstag ist noch früher. Dann sind die Anträge nicht fertig. Ich verstehe das alles. Aber vielleicht sollten wir dann einfach überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, ob das lohnt und ob wir das weitermachen. Soll ich mal eben die Lade übernehmen? Nein, der Marc hat mich gerade schon gebeten. Thorsten, du warst als Erster. Erst Olaf, dann du. Okay, dann machen wir es so. Der Freitag ist ja wirklich aus diversen Gründen nicht immer optimal. Beispielsweise hatte ich eine Gruppe Piraten, mit denen ich mich getroffen habe, die das Ganze ehrenamtlich machen. Und dann richte ich mich nach deren Zeiten. Das wird uns allen öfter mal so passieren. Nein, nein, meine ich ja. Sache ist allerdings, vielleicht versuchen wir es nicht ganz so verbissen zu sehen und denken uns, wenn das klappt an dem Tag, dann ist das gut, dass wir vorarbeiten können. Sonst ist es gut, dass wir die Anträge erklären können. Wenn wir jetzt versuchen, hier wieder eine eisenharte Regelung zu finden, wird uns halt der nächste andere Tag auf den Fuß fallen. Wenn wir das komplett... Die Fraktionssitzung. Ja, es gibt aber auch pflichtige andere Dinge, die man tun muss. Das ist halt dieses Leben. Und es ist, glaube ich, schon so, dass wir, auch wenn man nur die pflichtigen Termine nimmt, man ganz gut Stunden die Woche macht. Die Ad Ons, dann schön. Von daher, lass uns das doch nicht so verbissen sehen, sondern sagen, wenn das klappt, ist das toll. Und wenn nicht, dann halt nicht. Olaf, Daniel, ich selber da wohnen. Ich hatte mich eben auch gemeldet. Ja, im Prinzip eigentlich das, was Toso gerade gesagt hat. Ich sehe gar nicht die primäre Sache, dass am Freitag die Sachen abgestimmt werden müssen, sondern dass am Freitag Feedback geholt werden kann von der Basis. Und der Basis, die Anträge vorgestellt werden können, dass das einfach ein schöner Service für die Basis ist und hat so gar nichts zu tun. Wenn wir natürlich ab elf Leuten die Sachen auch schon abstimmen können, würde ich eben genau sagen, dann ist es gut. Wenn nicht, müssen wir es eben hier am Dienstag nachholen. Und ich war ja jetzt auch ein paar Mal drin. Ich fand es eben auch, also das Positive, selbst wenn ich da nur mit sechs, sieben Leuten war und da Anträge diskutiert worden sind und vorgestellt worden sind, fand ich eigentlich so viel, so sehr positiv, dass ich auf die Abstimmung, ja, wäre eine schöne Sache, und die Sache klappt aber nicht immer. Denn die Sache ist eben die, jeder Tag am Abend wird Schwierigkeiten bereiten. Jetzt halte ich den Freitag auch für besonders problematisch, aber es wird immer wieder abends sein. Es kann einfach nicht sein, dass irgendwelche, also wir können nicht alle Veranstaltungen abends immer mit dem Hinweis, da haben wir eine Fraktionssitzung, absagen, wenn sie sind. Das war jetzt an dem Freitag bei mir genauso der Fall und das wird immer wieder so der Fall sein. Von daher würde ich sagen, Freitag beibehalten und gucken, das Beste draus machen. Daniel? Ja, ich halte nach wie vor das Antragsmumbe für richtig und wichtig, weil, so wie Olaf gerade schon sagte, das eben eine gute Möglichkeit ist, die Basis mit einzubeziehen. Ich bin mir unsicher, ob wir vielleicht nochmal über einen anderen Termin diskutieren oder nachdenken sollen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ich kann mich erinnern an die Diskussion, die wir seinerzeit hatten. Ich persönlich finde den Freitag gut. Ich finde persönlich die Uhrzeit schrecklich, weil es für mich, also entweder muss ich es hier aus dem Landtag machen oder wenn ich noch unterwegs bin, von wo auch immer, von zu Hause schaffe ich im Regelfall nicht, freitags um 19 Uhr zu Hause zu sein. Also zumindest nach meinem Terminplan ist das so gut wie nie drin. Aber das mag auch ein rein persönliches Problem sein. Vielleicht ist das bei den anderen ganz anders. Das ist aber auch zumindest ein Feedback, was ich vereinzelt aus der Basis entnommen habe, dass es schön wäre, wenn es halt ein bisschen später wäre. Ich weiß nicht, vielleicht regen wir es tatsächlich nochmal an, dass wir darüber nachdenken, das nochmal irgendwie zu modifizieren. Vom Grunde her, am System würde ich festhalten, ich würde das auch nach wie vor als pflichtige Fraktionssitzung ansehen. Ich glaube, dass so eine freiwillige Diskussionsrunde nicht erfolgreich wird, um das mal ganz vorsichtig in meiner Glaskugel abzufragen. Dann werden wahrscheinlich die fünf Antragsteller da sitzen, die irgendwie eigene Anträge von uns haben und das war es dann. Also das ist auch jetzt nicht eine breite Basis, um das zu diskutieren. Ja, soviel erstmal dazu. Okay, dann bin ich jetzt dran. Nach mir die Moni, dann der Frank. Ich habe von den bislang gelaufenen Antragsmambels insgesamt waren ungefähr zwei Drittel für mich völlig ungelegen und bei einem Drittel war es okay. Bei denen, wo ich da war, wohlgemerkt. Es gab auch mal zwei, drei Termine, an denen ich nicht da war. Ich finde den Freitag so gesehen absolut scheiße. Es ist für mich einer der wenigen Zeitpunkte in der Woche, wo ich mal aus der Piraten- oder allgemeiner Politik-Bubble raus kann und auch mal nicht politische Freundschaften pflegen kann. Ja, die gibt es bei mir. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Also im Prinzip ist es richtig, Anträge mit der Basis durchzudiskutieren. Daniel macht ja gerade den Vorschlag, war sich auch nicht sicher, einen anderen Termin zu finden. Ich mache noch mal einen Alternativvorschlag, der in eine ganz andere Richtung geht. Wenn wir jetzt auf diese pflichtige Phrasi verzichten würden und dafür das Themenmambel, was wir haben, etwas stärker ausbauen würden, mal so als Frage in die Runde, wäre das auch eine Alternative. So, das war es von meiner Seite. Ja, erst mal ist mir gerade aufgefallen, ich finde es total blöde, wenn hier anfangen, Leute sich zu rechtfertigen, warum sie nicht da waren. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es können immer Leute irgendwie nicht, also das nervt mich in vielen Situationen, dass Leute dann anfangen zu erklären, ständig, warum sie nicht konnten. Ich glaube das hier wirklich jedem, das muss mir keiner sagen. Und ich glaube auch jedem, dass er irgendwie was Wichtiges zu tun hatte. Ich halte nichts von diesem Freiwilligen, weil, das hat der Daniel gerade gesagt, dann ist die Essenz nämlich, dass da immer die gleichen drei Gestalten sitzen, die dann sich irgendwie verpflichtet fühlen, doch dahin zu gehen. Ich finde, dass den Leuten, die in dieses Mambel kommen als Gäste, finde ich das eine Unverschämtheit gegenüber, nach dem Motto, wir schauen mal, wer heute Zeit und Lust hat, finde ich mies. Ich kann auch nicht anderen Leuten Anträge erklären, sorry. Aber wenn der Frank oder was weiß ich, wenn aus einem anderen Ressort ein Antrag da liegt, dann kann ich den nicht vorstellen und erklären, weil ich kann den zwar vorlesen, aber lesen können die Leute selber. Also müssten ja zumindest die da sein, die selber einen Antrag eingebracht haben. Das ist aber auch nicht immer der Fall. Also wir haben ja die Probleme schon gehabt, dass wir nicht wussten und den nach hinten gestellt haben, weil wir nicht wussten, kommt der noch, kommt der nicht. Und insofern finde ich diese freiwillige Sache, das wird nicht funktionieren. Und ich finde, wenn dann plötzlich da gar keiner mehr von uns auftaucht, weil sich so keiner richtig verantwortlich fühlt, dann finde ich das tatsächlich den Leuten, die sich die Mühe machen, ins Mammel zu kommen, um dazuzuhören, finde ich das nicht fair gegenüber. Und insofern würde ich dafür plädieren, können wir darüber diskutieren, Themenmammel. Aber vielleicht, jetzt war der Vorschlag später, wenn das eine Lösung ist, für mich wäre es die nicht. Ich arrangiere mich im Moment so, dass ich halt um sieben da noch hinflitze. Und meistens sind wir um halb neun fertig, sodass ich dann doch noch mich mit Leuten verabreden kann. Je später man wird, desto schwieriger wird es für mich halt da auch vielleicht noch einen privaten Termin hinter zu platzieren. Aber kann man ja sicherlich noch mal diskutieren. Dann habe ich Frank und mich und Michelle. Ja, also ich denke mal, das Ganze ist ja hier kein Wunschkonzert. Also von wegen, ja, eigentlich ja will ich, aber kann ich doch nicht und ist zu spät oder ist zu früh oder bin noch nicht zu Hause. Entschuldigung. Die Beschlusslage im Moment ist, dass es eine pflichtige Fraktionssitzung hat, die den Status wie heute. So, das heißt, wir müssen alle da sein. Das haben wir uns als Fraktion festgelegt, dass wir uns die Termine geben und dass wir an Sitzungen pflichtig teilnehmen. Wir sind hauptberuflich Abgeordnete, das heißt, da gibt es keine Nebentermine. Freitags ist hier in Düsseldorf auch ein cooler Stammtisch, wo auch ehrenamtlich, alle ehrenamtlich tätigen Piraten sind, die man dann halt auch gerne treffen möchte. Aber gut, wir haben eine pflichtige Fraktionssitzung. Wenn das aber nicht passt, und das hat ja jetzt mehrfach die doch sehr geringe Teilnehmerzahl halt gegeben, dann sollten wir diesen Beschluss ändern. Ein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass die Antragsteller pflichtig teilnehmen, also die Leute, die einen Antrag gestellt haben. Die stehen da Rede und Antwort zu ihren Anträgen plus Interessierte der Fraktion, die noch teilnehmen möchten. Dann wäre das von der Sache her, glaube ich, auch ein richtiger Umgang damit, weil man spricht halt über das, über die Fakten, über die Anträge und kann da halt gegebenenfalls Fragen beantworten. Eine andere Alternative, wenn das mit dem Termin so schwierig ist, ich weiß allerdings, dass wir bei der Terminfindung für den Freitag auch darüber gesprochen haben. Und das Wochenende, was ich jetzt vorschlagen möchte, kam überhaupt nicht in Frage. Das wäre für mich aber gegenüber der Basis auch einzig, wenn wir überhaupt über einen alternativen Termin reden, einzig sinnvolle Überlegung. Ein Wochenendtermin, das kann ja auch Samstag Nachmittag oder sowas sein oder Sonntag früh, weil da kann die Basis und könnte sich halt beteiligen. Und wir müssten einfach über den Schatten springen und sagen, okay, das machen wir jetzt hier pflichtig, weil uns ist der Austausch und die Kommunikation wichtig. Außerdem bereitet uns selber das auf die Anträge der anderen vor. Also Vorschlag Nummer eins, den Pflichttermin Freitag aufzuheben und nur für die Antragsteller pflichtig zu machen, als Mitteilungs- und Diskussionstermin. Vorschlag Nummer zwei, wenn der Terminfindung überlegt wird, da das Wochenende mit einzubeziehen. Das wäre mein Punkt. Vielen Dank, Frank. Finde ich überlegenswert. Würde ich dich dann bitten, zum nächsten Mal als Beschlussvorlage vorab einzureichen. Dann können wir das halt auch entsprechend abstimmen in der nächsten Woche. Das wäre dann vor einem nächsten Freitagsmammel. Ich finde die Ideen überlegenswert. Würde aber an der eigentlichen Ausformulierung dieser Ideen jetzt nicht hier diese Runde verwenden, weil die Tagesordnung voll ist. Michelle, bitte. Ja, ich wollte die Änderung vielleicht noch vorschlagen, die Moni eigentlich ganz am Anfang so ein bisschen angesprochen hat, dass wir vielleicht die Beschlussfassung tatsächlich nicht mehr an diesem Antragsfreitag machen, sondern also den zweigeteilten Part. Einmal wir reden über die Anträge und wollen sie eigentlich, wollen sie vielleicht verbessern, wollen Meinungen dazu einholen und so weiter. Und den zweiten Teil, wir beschließen davon abzukoppeln und zwar aus zwei Gründen. Punkt eins, dann ist die Beschlussfähigkeit, wenn sie mal nicht da ist, halt nicht so schlimm. Die Nichtbeschlussfähigkeit wäre dann nicht so schlimm. Und das zweite ist, es gibt ja sehr, sehr häufig auch noch Anträge. Das haben wir jetzt diesmal wieder erlebt. Die kommen dann am Samstag, am Sonntag per Mail. Ah, da ist noch was Wichtiges passiert. Gibt es ja auch immer Gründe für Gute. Dann müssen wir ja eh am Dienstag nochmal über Anträge reden. Also können wir auch theoretisch sagen, pass auf, wir diskutieren die Anträge, wir stellen die vor. Dann sieht man auch, was kommt aus anderen Büros, was kommt aus anderen Bereichen. Kann man sich vielleicht noch irgendwo einbringen. Und am Dienstag hat man dann zumindest schon über die Anträge soweit geredet, dass man sie schneller abstimmen kann. Das wäre mein Vorschlag. Ja, die Antragsteller sollten da sein, weil sonst kann ja keiner den Antrag erklären. Das stimmt natürlich. Dann braucht man über den Antrag übrigens meiner Meinung nach nicht reden. Also zurückstellen oder wer anders stellt ihn vor oder so, ist Blödsinn. Dann kann das halt einfach gesagt, kann einfach gesagt werden, gut, dann reden wir über den am Dienstag, so wie über Anträge, die am Wochenende noch kommen. Okay, gibt es noch Wortmeldungen? Lukas? Oder der Antragsteller benennt eine Vertretung. Genau, der Antragsteller benennt eine Vertretung. Damit sind wir bei Top 4. Das ist der Antrag von Michel. Beim Ende der Behandlung und kommen damit zu Top 5. Und das ist eigentlich etwas sehr Schönes, nämlich die Anträge für das nächste Plenum, die wir am Freitag im Mambel nicht beschlussfähig schon mal ein bisschen besprochen und kommentiert haben. Hierbei möchte ich aber zusätzlich anmerken, es gibt noch einen Antrag aller Fraktionen in der Pipeline oder den Wunsch danach, wo aber die Entscheidung bei den anderen Fraktionen auch noch nicht sicher ist. Da ist Dietmar, glaube ich, gerade parallel dran. Das ist der Grund, warum er rausgelaufen war. Kommen wir zum ersten Antrag für das nächste Plenum von uns. Datenschutzkultur an Schulen verbessern. Antragstellende Personen sind Moni und Michel. Wer von euch beiden möchte, eben kurz? Ja, geht ganz schnell. Also der Antrag fordert letztendlich eine Überprüfung der Datenschutzbedingungen im Moment den Schulen. sagt halt, dass jede Schule einen Datenschutzbeauftragten haben muss. Im Moment liegt die Datenschutzverantwortung bei der unteren Schulaufsicht und wird wahrgenommen vom Schulleiter, der aber außerhalb einer Dienstbesprechung mal alle zwei Jahre da nicht im Grunde nicht weiß, worum es geht. Wir möchten halt, dass das festgezurrt wird, dass das ein Kollege macht. Es gibt ja auch Gleichstellungsbeaufträge, Gesundheitsbeaufträge, ich weiß nicht, was noch für Beauftragte in Schulen, die auch mit Ressourcen versehen sind, also mit einem, mit Verfügungsstunden, die man dafür kriegt. Wir wollen das Thema mal aufmachen und wollen es relativ offen halten. Insofern würden wir das gerne im umgekehrten Verfahren machen, um eine entsprechende Anhörung mit entsprechenden Leuten einzuladen, um da halt mal zu gucken, was machbar ist und worauf man sich einlässt. Also das ist im Grunde ja so ein erster Aufschlag mal dazu, dass wir die Diskussion hier in den Landtag tragen, in den Bildungsausschuss. Frank. Ja, du wolltest ja die Funktionen dieser Datenschutzbeauftragten auch dann möglicherweise in der Anhörung oder durch die Anhörung erweitern, praktisch. Das ist Ansprechpartner sein, weil das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei, weil rein formal ist ja die Bedingung mit dem Datenschutzbeauftragten an Schulen erfüllt. Gut, rein formal, aber die sollen eigentlich mehr machen und ja, insofern dafür. Ja, es geht einmal darum, dass die Funktion erweitert werden soll. Es geht aber auch darum, dass, das noch ganz kurz zum Hintergrund, dass wir gemerkt haben, es wird ganz viel, gerade mit privaten Daten von Schülern in der Schule gearbeitet, auf Schulrechnern, es werden Daten mitgenommen nach Hause, es werden Daten unter Lehrern hin und her verteilt und so weiter. Und uns ist aufgefallen, dass es da niemanden gibt, der da so richtig Einblick hat und dass es an vielen Leuten auch einfach Leute gibt, die sind dann Datenschutzbeauftragte per, qua Amt sozusagen. Aber die kriegen halt keine vernünftigen Schulungen, Weiterbildungen, sonst was. Die kriegen dafür keine, keine entsprechenden, wirklich entsprechende Zeit für und so weiter. Und da geht es einfach darum, mal abzuklopfen, was passiert überhaupt mit dem Datenschutzbeauftragten, was tut der und wo sollte es eigentlich hingehen. Gibt es weiteren Gesprächsbedarf zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall. Kommen wir damit zur Ziehung der Lottozahlen, zur Abstimmung. Und dann würde ich sagen, wer ist der Meinung, dass wir diesen Antrag, so wie er jetzt hier steht, zum nächsten Plenum einbringen? Der möge dies jetzt kurz per Handzeichen signalisieren. Ich sehe, das ist einstimmig. Sehr schön. Ich frage jetzt noch einmal ganz kurz nach. Ausschussüberweisung A15 steht, Block umgekehrtes Verfahren steht für Block umgekehrtes Verfahren in der Anmerkung auch schon mal für das zukünftige. Wäre aber Block 1, wenn es zurückkommt sozusagen, würde, wäre ausreichend? Wisst ihr noch nicht? Werden wir dann sehen, wie es sich, genau, okay, was halt sozusagen im Laufe der Ausschussbehandlung damit geschieht. Wunderbar. Kommen wir dann zum nächsten Antrag. Einrichtung eines Hilfefonds für Opfer von Unrecht und Misshandlung in Einrichtung der Behindertenhilfe und Psychiatrie in den Jahren 1949 bis 1990. Ein klassischer Landtagstitel, um CREON zu zitieren, glaube ich, oder NITO, so war es auch. Gemeinsamer Antrag aller Fraktionen. Hierzu möchte ich anmerken, dass ich um 10.33 Uhr von Thorsten und Daniel Düngel über den Referenten gerade noch eine aktualisierte Version an Antrag bekommen habe. Vielleicht stellt ihr den kurz vor und erläutert dann sicherheitshalber nur, was jetzt noch die Minimaländerungen waren. Ich glaube, das ist nur eine Kleinigkeit. Ansonsten, ich persönlich begrüße das. Wer von euch beiden möchte, Toso? Genau, der Daniel ist ja noch gar nicht drin. Das könnte sogar noch besser der Olaf machen an der Stelle, weil der es die letzten Jahre auch mit den anderen Fraktionen zusammen betrieben hat. Beim Heimkinderfonds geht es grundsätzlich darum, dass es Menschen gibt mit psychischen Behinderungen an der Stelle, vielleicht in den Jahren zwischen 1949 und 1990 des letzten Jahrhunderts, die in Einrichtungen untergebracht waren, die eventuell nicht geeignet waren, diese Menschen unterzubringen, die dort auch behandelt worden sind, wie man heutzutage Menschen nicht mehr behandeln würde. Uns geht darum, diesen Menschen zumindest eine Anerkennung und auch eine finanzielle Entschädigung zukommen zu lassen, was jetzt auf der Geburtsjahrgänge schon reichlich spät ist. Getragen wird das sehr breit vom Bund. Es soll von den Ländern getragen werden. Bis jetzt haben sich nur Nordrhein-Westfalen und Bayern dazu bereit erklärt. Die anderen Länder warten noch ab. Und von den Betreibern des größten Teils dieser Heime, den evangelischen und katholischen Kirchen. Die evangelische Kirche hat sich dazu schon mehrfach geäußert, dass das selbstverständlich ist. Die katholische Kirche ist noch nicht ganz so schnell. Wir hoffen aber, dass auch mit diesem Antrag ein Zeichen aus NRW wiedergesetzt wird, dass wir eine zeitnahe Lösung brauchen. Die Änderungen, die jetzt noch drinstehen, sind hauptsächlich formaler Natur. Trotzdem ist es selbstverständlich, dass ich, sobald ich diese Änderung oder mir diese Änderung zur Kenntnis komme, ich sowohl die Fachabgeordneten wie auch die Gesamtfraktion darüber informiere, sinnendstellend sind da keine Änderungen bei zu dem Text, der jetzt letzte Woche schon vorlag. Es sind kleinere Korrekturen in Ansprachen und Beschlussfassungen, die am Sinne ungefähr nichts ändern. Also von daher bitte ich weiter um eure Zustimmung. Es wäre ein sehr deutliches Zeichen aus NRW, wenn sich hier der gesamte Landtag dafür entscheidet, da den Druck aufrecht zu erhalten, den politischen. Danke. Vielen Dank, Toso. Jetzt habe ich als Wortmeldung den Olaf. Ich möchte noch eine Sache ergänzen, weil ich es jetzt gerade so anhörte, als wenn das etwas Spezielles für diese Sache, für die Opfer in der Psychiatrie gewesen wären, weil sie in die Psychiatrie gekommen sind. Das ist jetzt so gesehen, das ist so jetzt erst mal nicht der Fall, sondern es ist sogar noch, eigentlich der Umstand ist noch viel, viel bescheuerter und viel, viel blöder. Alle haben ja mitgekriegt über die Misshandlungen, die Kindern und Jugendlichen überhaupt in den Jahren 49 bis 90 in deutschen Kinderheimen passiert sind. Für diese gibt es diesen Hilfefonds. Was man damals wohl vergessen hat oder keine Ahnung, also ich gehe jetzt mal vom besten Fall aus, dass sie wirklich einfach vergessen haben, haben sie einfach vergessen hinzuschreiben, dass auch die, die in die Psychiatrie eingeliefert worden sind, mit da drunter fallen. Das heißt, alle Menschen, die jetzt in der Zeit in der Psychiatrie waren und diesen Hilfefonds in Anspruch nehmen wollen, werden abgewiesen, weil dieser Hilfefonds einfach nicht für sie ist, sondern nur für Heimkinder und nicht für Psychiatriekinder. Und das ist der große Haken an der Sache, dass jetzt eben auch die, die in der Psychiatrie untergebracht worden sind, dass auch die einen solchen Fonds bekommen und demnach auch zumindest eine Teilentschädigung bekommen. Ja, und ich bin auch auf jeden Fall dafür, den Antrag so anzunehmen, auch wenn die eine Änderung das Ganze jetzt noch mal um ein Jahr verschiebt. Ich sage, kann ich mit leben, weil ich bin aufgrund der Gespräche, die ich in dem Ausschuss und auch in der Obleutungsrunde immer so mitbekommen habe, gehe ich ganz klar davon aus, dass es den anderen Fraktionen, allen voran der SPD, wirklich ernst ist mit dem Antrag und nicht, dass das nur ein Lippenbekenntnis ist, wie Moni im ersten Moment aufgrund der Änderung als Bedenken geäußert hat. Sieht so ein bisschen so aus. Man hätte da meiner Meinung nach auch nächstes Jahr dann reinschreiben können, um es dann festzumachen. Aber es wird wohl dieses Jahr wirklich einfach nicht mehr funktionieren. Vielen Dank, Olaf. Und dann habe ich noch mal den Toso. Wir reden hier übrigens über ein Gesamtvolumen von 60 Millionen Euro im Jahr, was gedrittelt wird. Ein Drittel Bund, ein Drittel Kirchen, ein Drittel alle Länder zusammen. Ergibt sich also für NRW geschätzte 5 Millionen Euro im Jahr. Diese Änderung, was das ein Jahr betrifft, ist übrigens nur eine Klausulierung, eine formale Änderung. Eine praktische Änderung wird sich nicht ergeben, weil die Zahlungen werden erst anfangen, wenn sich alle einig sind. Und selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir würden das in den 2015er Haushalt schon einbringen wollen, würde das faktisch nicht passieren, weil alle anderen halt noch darauf warten, dass insgesamt was passiert. Dietmar. Es ist die Frage, ob nicht eventuell vor dem Hintergrund die Ankündigung eines Nachtragshaushaltsgesetzes für 2015, dessen Einbringung heute nach 14 Uhr wohl erst beschlossen werden wird. Oder kann. Nicht eventuell sogar noch mit reinrutschen kann. Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Toso. Dietmar hat völlig recht. Das könnten wir machen. Für NRW wäre das auch durchaus ein Zeichen, was man machen könnte. Allerdings würde sich halt dann praktisch nichts ändern, weil sich alle darauf verständigt haben, es wird erst dann praktisch ausgezahlt, wenn alle auch wirklich dabei sind. Und da NRW hier an der Stelle wirklich führend ist und sowohl SPD wie auch CDU das wirklich ernst meinen, wird das halt frühestens 2016 passieren. Also man kann es jetzt formal einbringen, um dieses politische Zeichen zu setzen, praktisch hat es keine Auswirkungen. Aber du hast völlig recht. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Grumpy ist in Sachen Verwaltung unterwegs. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich vorschlagen, lasst uns abstimmen. Wer stimmt diesem Antrag, diesem Gemeinsamen so zu? Nicole, ich bitte aufzunehmen, dass die Abstimmung einstimmig war. Wunderbar. Das nächste ist kein regulärer Antrag, sondern es handelt sich hier um einen Änderungsantrag zu der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Innenausschusses, der gerade noch keine laufende Nummer hat, zu dem Gesetzesentwurf. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten, das Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen, DSG NRW, basierend auf Drucksache 166634. Hierbei möchte ich einfach nur kurz daran erinnern, wir haben hier nicht den Stress einer sogenannten Fristwahrung. Das heißt, wir müssen den nicht heute pünktlich um so und so viel Uhr bereits hechelnd irgendwie hier über die Flure getragen haben, sollten aber dann doch zusehen, dass wir die finale Fassung vor Eintritt in die Tagesordnung, die heute von den PGs erstellt wird, dann vielleicht parat haben. Und Antragsteller ist im Augenblick Frank. Und von daher, bitte. Wie war jetzt der Anmerkdvoreintritt in die Tagesordnung? Des Plenartages. Okay. Aber wir wissen ja nicht, welcher der Plenartages werden wird. Ja, nee, ist schon klar. Also, ich sage mal, Montag ist das Ding fertig, wahrscheinlich morgen. Die Rot-Grün-Fraktion hatten in der Innenausschusssitzung letzte Woche noch von sich aus einen Änderungsantrag eingebracht. Da müssen wir noch ein bisschen dran rumformulieren. Ja, kurz, worum es geht. Änderung des Datenschutzgesetzes ist von der Landesregierung Gesetzesänderung. Da geht es um Detail der Einwilligung der Betroffenen in die Weitergabe ihrer Daten oder in die Nutzung ihrer Daten, die normalerweise unbedingt erforderlich ist, soll hier für einen bestimmten Anwendungsfall aufgehoben werden, nämlich für das Setzen eines Ordnungsimpulses, für den behördlichen Digitalfunk. Man will damit halt in, weiß ich nicht, bei Rettungseinsätzen halt die Mitarbeiter von der Leitstelle ausorten können und mit dieser Gesetzesänderung halt das ohne das Wissen der Mitarbeiter durchführen können. Prinzip kann man sagen, okay, ist nachvollziehbar. Uns haben ein paar Dinge halt an dem Gesetz nicht gefallen, nämlich dass manche Stellen zu diffus formuliert waren. So soll nicht nur der behördliche Digitalfunk technisch möglich sein, sondern auch andere technische Mittel. Das war uns sehr offen. Und ein weiterer Punkt ist, dass wir hatten eine Anhörung dazu beantragt, dass ein Trennungsgebot zwischen einzelnen Behörden nicht gegeben ist. So könnte im jetzigen Stand der Verfassungsschutz auch nachgucken, welche Polizeikräfte gerade an einer Stelle irgendwie aktiv sind und umgekehrt. Umgekehrt wird der Verfassungsschutz wahrscheinlich verbieten wollen. Aber darum geht es halt in der Gesetzesänderung, dass der Verfassungsschutz grundsätzlich rausfliegt aus dieser Regelung. Und ja, wie gesagt, im Detail noch zwei, drei andere Punkte. Gibt es Fragen dazu? Kann ich noch was erklären? Ich habe platt geredet. Okay, alles klar. Ja, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Ganz genau. Okay, ich habe jetzt eine Frage dazu. Wie hoch wertest du eigentlich die Chance, dass jemand anders dieser aus meiner oder unserer Sicht sehr sinnvollen Änderungen eigentlich zustimmen wird? Einfach mal jetzt. Ja, wie das so ist bei Piratenanträgen. Also es wird schwierig. Wir haben aber grundsätzlich schon etwas erreicht, weil wir waren die, das ist wie gesagt ein Gesetzentwurf der Landesregierung, wir haben die Anhörung dazu haben wollen. Und aus der Anhörung raus hat Rot-Grün eine Änderungsantrag schon gemacht. Das heißt also, das Ganze hat ein bisschen was bewirkt. Dieser Änderungsantrag ist auch, der eine Teil ist ganz gut, weil er eine ungenaue Regelung konkretisiert. Der andere Teil ist wiederum nicht gut und kam etwas überraschend. Es ist ein bisschen komplex, das jetzt zu erklären. Das ist aber genau die Stelle, die wir halt auch noch einbauen in unseren Änderungsantrag. Also ich glaube, grundsätzlich war das schon sinnvoll, dass wir darüber geredet haben. Und ich sage mal, die Chance, dass unser Antrag angenommen wird, ist, na ja, irgendwas so zwischen 99 zu 1 oder 1 zu 99. Also eine Person der SPD könnte zustimmen wollen. Okay, die haben 99 Leute da sitzen. Wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, würde ich ganz gerne abstimmen lassen, dass wir diese Änderung zum Gesetzentwurf entsprechend mit einbringen. Wer gegen die Einbringung dieses Gesetzesänderungsantrags ist, der möge dies nun bitte anzeigen. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Von daher einstimmig so angenommen. Zum nächsten Antrag möchte ich kurz einleitend erläutern. Ich lese vor, der Antrag hat den Titel Entmachtung der deutschen Landesdatenschutzbeauftragten im Zuge der EU-Datenschutzreform entgegentreten. Am vergangenen Freitag in der Sitzung des Europaausschusses und eine Welt hat Herr Lepper, der unser Landesdatenschützer, ein sehr, wie soll ich sagen, aus seiner Sicht eine sehr, sehr ausführliche Erläuterung über den Zustand und die Situation der EU-Datenschutzreform zum Besten gegeben. Also wirklich zum Besten gegeben, aus meiner Sicht. inklusive der Ankündigung aus Sichtweise des LDI 16 neue Personalstellen zu beantragen, also die Landesdatenschutzstelle soll gestärkt werden. Wir erinnern uns, wir selber hatten im letzten Jahreshaushalt eine Stärkung des LDI in Höhe von 22 Stellen gefordert, welches hier in diesem Landtag abgelehnt worden war. Umso mehr freut es mich, feststellen zu können, dass Herr Lepper dies ähnlich sieht und dies auch entsprechend eingebracht hat. Die Tatsache, dass ich dies hier jetzt schon äußere, ist nicht, dass ich die Informationen aus irgendwelchen Haushaltsplänen, Entwürfen genommen habe, sondern aus der Rede des Herrn Lepper, die öffentlich war, sollte dies jemand sich fragen. Genau, wer da Probleme mit dem Datenschutz sieht, möge sich auch von anderen Seiten eventuell der Verwaltung oder anderer Fraktion an den Landesdatenschutzbeauftragten wenden. Vielen Dank für diesen Einwurf, Toso. Dieser Antrag ist genau dieser Kurzfristigkeit geschuldet, ist mit sehr heißer Nadel, ach, stimmt gar nicht, er ist übers Wochenende gestrickt worden, von daher konnten wir ihn auch nicht fristgemäß für Freitag fertigstellen. Von daher, einzelne Geschäftsordnungsmenschen mögen hier eventuell noch mal etwas sanfter mit mir und dem Antragsteller jetzt umgehen und von daher möchte ich jetzt an Nico übergeben. Ja, danke Grumpy, du hast ja schon das Wesentliche ausgeführt. Ich wollte noch ergänzen, dass die Formalien, also es geht da um eine direkte Abstimmung, Block 1, der ist tatsächlich sehr kurzfristig jetzt gekommen, bitte das zu entschuldigen oder Nachsicht an der Stelle. Ich muss auch darauf hinweisen, also ja, der Antrag passt natürlich zur Piratenfraktion, steht uns thematisch gut. Ich muss aber an der Stelle darauf hinweisen, dass mit dem Antrag ein gewisses Risiko verbunden ist oder einen gewissen Nachteil aufweist, dass natürlich die Landesregierung, also wir versuchen jetzt damit, die Landesregierung natürlich so ein bisschen zum Jagen zu tragen oder dass die in die Hufe kommen bei dem Thema, weil der Eindruck entsteht, dass sie das so ein bisschen schlampig behandeln, so ein bisschen Nachlässigkeit da walten lassen und nicht mit dem Druck, wie wir uns das wünschen. Natürlich wird uns in der Debatte entgegengehalten werden, dass dem nicht so ist. Das heißt, wir werden mit dem Antrag, wenn wir ihn jetzt ins Plenum bringen, nicht direkt punkten können, also wer sich davon jetzt was verspricht, dem bitte ich darum, dem Antrag hier so nicht zuzustimmen, weil das ist nicht das Ziel des Antrages, sondern es kann nur sein, so ein erster Vorbereitungsschritt auf das Thema, wenn die Verhandlungen dann fortschreiten und dann ein endgültiger Entwurf kommt, dann zu sehen, ob das da Versäumnis im Verhandlungsprozess tatsächlich dann gegeben hat und wenn ja, können wir sagen, wir haben aber schon dann und dann darauf hingewiesen und da war schon deutlich, dass es dort Fehlentwicklungen gibt. Also das müssten wir jetzt abwägen, ob es uns das wert ist an der Stelle und sozusagen für die Sache zu kämpfen, weil debattentechnisch ist das halt nicht so ganz, nicht so ganz klar die Gemengelage. Ja und dann würde ich noch, weil Frank hatte noch einen Änderungsvorschlag eingebracht, den ich jetzt nicht, den Tom jetzt nicht hundertprozentig aufgenommen hat, da würde ich um das Mandat bitten, dass wir diesen einen letzten Sachverhaltsabsatz nochmal untereinander abstimmen im Sinne der Fraktion, bevor wir denn, falls der Beschluss hier so gefällt wird, bevor wir den einbringen, dass ich mich dann auch ins Benehmen mit Frank setzen kann und dann eine nicht 99,5-prozentige, sondern die hundertprozentige Formulierung dann finde und auch allen Bedenken gerecht zu werden. Ja, Dankeschön. Ja, Nico, ich war jetzt an der ganzen Geschichte gar nicht beteiligt. Ich formuliere jetzt mal, was bei mir subjektiv angekommen ist. Ihr habt einen Antrag geschrieben, der nicht so ganz so perfekt ist, wie du dir das vielleicht Ja, rein subjektiv bitte wirklich nicht als Angriff, sondern einfach nur, damit du es vielleicht gleich nochmal klarstellst. Ähm, und du sagst, dieser Antrag wird ja eh nicht von den anderen, dem wird ja nicht zugestimmt, ähm, deshalb können wir den ruhig einbringen oder auch nicht, das ist nicht so wichtig. Ja, und da hätte ich gerne gewusst, oder einmal von dir die Bestätigung, dass der Antrag selbstverständlich inhaltlich vollkommen zustimmungsfähig ist und wir, wenn, wenn das Wunder passiert, dass andere Fraktionen da tatsächlich zustimmen sollten, wir das natürlich begrüßen, weil dieser Antrag selbstverständlich absolut umsetzungsfähig ist, dass du das nur noch einmal klarstellst. Das hört sich gerade so ein bisschen so an, ist erst mal ein erster Aufschlag, nur ist nicht so schlimm. Okay, dann würde ich vorschlagen, eben Nico, dann Frank. Okay, danke. Ja, natürlich, Thorsten, du hast vollkommen recht, in der Sache ist er absolut richtig und angebracht. Uns wird halt nur in der Debatte vorgeworfen werden, dass er natürlich überflüssig ist und, äh, ja, und das übt der übliche, äh, ja, ne, so, das wüsste man alles noch nicht. Ähm, debattentechnisch, sage ich mal, ist er halt durchaus angreifbar in der jetzigen Situation, ja, das ist halt so, aber in der Sache ist er natürlich genau richtig und er würde halt dem LDI, was wichtig ist, den Rücken stärken und unsere Position in weiteren Debatten dann durchaus vereinfachen, weil wir hier schon zum sehr frühen Zeitpunkt auf Probleme hinweisen, klare Kante zeigen und insofern passt er natürlich zu, äh, komplett zu, zu uns und ist in meinen Augen jetzt auch richtig, aber wie gesagt, er hat ein gewissen, ein gewisses Risiko damit, aber das würde ich eingehen und müsst ihr halt wissen, ob ihr das mitgehen wollt. Frank, bitte. Ja, ich glaube, das Wort Risiko, das hört sich jetzt wilder an, als es ist. Auch die, äh, Debatte jetzt zwischen uns beiden ins Benehmen setzen, war ich doch immer gerne. Äh, da geht es eigentlich, was ich eingeregt habe, auch nur darum, den Antrag noch ein bisschen mehr einladend Richtung Landesregierung, also zustimmungsfähiger zu machen. Ähm, ich denke, es ist schon gut und richtig, dass wir den jetzt machen und er wird auch, er macht auch eine Position deutlich, auch für das Land wird es eine Position, wird der Antrag eine Position deutlich machen gegenüber dem Bund, äh, wo wir nämlich einfach sagen, dass wir hier auch mitbeteiligt, äh, sein wollen und nicht die Bundesregierung einfach ihre, äh, Sachen selber macht. Insofern, ich denke, guter Antrag zur richtigen Zeit und, äh, wir werden auf jeden Fall nachher, weil eine Position deutlich gemacht wurde, äh, auch gut drauf verweisen können. Insofern annehmen, bitte. Okay. Es gibt keinen weiteren Redebedarf. Demzufolge nach lassen wir jetzt darüber abstimmen, um, ob wir diesen Antrag ins Plenum einbringen. Ich gucke noch mal gerade, direkte Abstimmung. Block 1. Ähm, nicht mehr viel Zeit, die letzten, nicht, es ist nicht mehr allzu viel Zeit, die Änderungen sozusagen jetzt noch eben schnell, äh, zu machen und das ganz schnell im PGF-Büro dann eben rein. Ich möchte dies nur kurz gesagt haben. Ähm, 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 von daher, wer stimmt für diesen Antrag, dass wir diesen im Plenum, zum diesigen Plenum einbringen? Wunderbar, das ist einstimmig. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende von Top 5, unseren regulären Anträgen für gemeinsam. Ist nicht ganz, höre ich gerade. Äh, Moni, bitte. Ja, ist in diesem Falle sehr einfach, aber wir hatten ja eigentlich beschlossen, auch eben darüber zu sprechen, welchen Antrag wir ganz weit nach vorne setzen wollen. Das, äh, wollte ich noch mal erinnern. Das ist aber jetzt hier nicht so eine dramatische Sache, weil wenn wir unseren Antrag im umgekehrten Verfahren gehen und den anderen alle gemeinsame Anträge sind, bleibt eigentlich nur noch Nicos Antrag, um ihn den ganzen Tag vorne zu stellen. Ich werde, ich werde entsprechend dafür sorgen, dass dieser Antrag natürlich freitags abends um, nein, 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 also, ähm, die Priorisierung, ähm, Stimmt, vielen Dank. Müssen wir auch jedes Mal mit bedenken. Und von daher ist dies der Antrag, der ganz weit vorne liegen sollte. Gibt es weitere Anmerkungen dazu? Außer den Randbemerkungen wunderbar nicht. Ähm, ich sehe gerade 11.19 Uhr, die Anmerkung aus dem PGF-Büro liegt halt noch nicht in der endgültigen Fassung vor. Richtig. Ähm, wenn du magst. Ihr macht das Ding dann eben fertig und gut ist. Top 6 Umlaufbeschlüsse. Es gibt ein, die, es gibt einen Antrag in der Pipeline. Ich habe aber nichts vorliegen. Ich habe ihn nicht. Okay, Dietmar bitte noch mal zu Top 5. Ja, genau. Hypo Alpha Adria. Der Antrag haben ja alle. Gut, der ist nicht für einen Antrag ad, das ist mein Versehen. Ich habe vergessen, den einen Antrag ad zu schicken. Aber dennoch haben ihn alle Kolleginnen und Kollegen ja vorliegen, den Antrag. Ich habe ja sogar auch schon Kommentare dazu, bzw. einen in dem Fall von Toso eine Anmerkung und Hinweis. Es geht hier um einen gemeinsamen Antrag, der als gemeinsamer Antrag vorgesehen ist aller Fraktionen des Landtags NRW zur Stützung der NRW-Bank und auch natürlich der Finanzen der NRW-Bank vor dem Hintergrund der Pleite der Hypo Alpha Adria Österreich. Und da geht es um Anlagegeschäfte, Anleihen, die unter anderem haben auch NRW gekauft hat, andere Bundesländer, Staaten gekauft haben, auch andere europäische Staaten. Und die Hypo Alpha Adria befindet sich ähnlich wie die West-LB in der Abwicklung, wird durch die dortige Bad Bank so ähnlich vergleichbar wie die EAA in Bezug auf die West-LB von der Heta Asset Resolution AG vermögensrechtlich verwaltet. Und nun sieht es so aus, dass die Anleihen fällig geworden sind und die Heta-Zahlung verweigert hat, mit Blick darauf, dass Kärnten pleite ist, weil Kärnten kein Geld mehr hat, kann Kärnten auch die Heta nicht entsprechend mit Kapital ausstatten. Und die bundesstaatliche Haftung im Rahmen des Haftungsverbunds, ähnlich wie in Deutschland, dass wenn ein Bundesverband ausfällt, die Bundesrepublik Deutschland oder eben der Verbund aller Bundesländer einzustehen hat, klappt in Österreich deshalb nicht, weil Österreich sagt, nö, wir zahlen nicht. Das heißt, die steigen nicht ein in die Haftung, in den Haftungsverbund, haben quasi die Bürgschaft, die fällig gestellten Bürgschaften nicht bedient, werden dies auch nicht tun. Also Kärnten kann nicht, Österreich will nicht, was dazu führt, dass in einem Umfang von zwischen, genau kann man es nicht sagen, 300 und 500 Millionen Euro die NRW-Bank hier Wertberichtigungen vorlegen oder vornehmen, wird vornehmen müssen, wenn nicht bezahlt wird. Und dagegen möchte die NRW-Bank klagen. Dieses soll vom Land Nordrhein-Westfalen und sprich vom Landtag und vom Land Nordrhein-Westfalen rechtswidrig bei der Landesregierung, wie aber auch der Bundesregierung unterstützend begleitet werden, nämlich die Klage der NRW-Bank, die also in der Vorbereitung ist, um dieses Verhalten Österreichs auf gerichtlicher Ebene prüfen zu lassen. Darum geht es hier in dem Antrag. Und ja, der steht, wir haben den Antrag erst Freitagmittag bekommen, nachdem ich am Donnerstag im HFA den Hinweis erhalten hatte, dass da einen Antrag gibt, warum wir dann im Vorfeld nicht beteiligen, die CDU ist aber auch sehr spät erst da reingekommen, die FDP auch. Die FDP wird das auch heute in der Fraktionssitzung beraten und wie man mir mitteilte, wird man dem gemeinsamen Antrag auch beitreten. So wie ich ihn rumgeschickt hatte in der ersten Version, also Freitagmittag, wie gesagt, ich habe erst die Gelegenheit gehabt, ihn am Wochenende zu lesen. Auch gestern dann erst Gelegenheit gehabt, auch wegen Abwesenheiten, den Antrag mit David Köln-Staß, unserem Referenten, Rücksprache zu nehmen und habe ihn dann daraufhin rumgeschickt. So sieht es aus. Jetzt stellt sich also hier die Frage, unterstützen wir diesen Antrag der übrigen Fraktionen, hier führend die SPD an der Stelle und die CDU, Bündnis 90, die Grünen haben sich mit reingehängt und wollen also auf diese Art und Weise die Bank, die NRW-Bank stützen und auch das Vorgehen gegenüber Österreich, die einfach sich auf die Hinterbeine setzen und sagen, nö, wir zahlen einfach nicht, denken gar nicht dran, die Bürgschaftsverpflichtung werden wir nicht erfüllen, ob wir das so hinnehmen wollen. Bitteschön. Vielen Dank Dietmar, ich glaube, ich hoffe, ich war zuerst. Achso, ganz kurz, ganz kurz, Toso hatte im E-Mail-Verteiler kurz erwähnt, ob man das nicht so machen könne wie in Island. Das ist eine andere Situation, Toso. Also hier geht keine, hier muss jetzt niemand pleite gehen, die sind schon pleite. Er ist bereits pleite, befindet sich in der Abwicklung, es geht hier um Anleihen, die eben Deutschland bzw. NRW gekauft hat. Also da gehen keine Sparer über die Wupper oder können auch nicht Sparer gerettet werden, während man die Bank pleite gehen lässt. Dietmar, vielen Dank. Zum einen, wenn wir Antragsbearbeitungen machen, möchte ich die entsprechenden Leute bitten, den Saal zu verlassen. Ich hatte mich ganz zu Anfang gemeldet. Ich wollte nur kurz festgehalten sehen, dass es uns offensichtlich auch hier von Seiten des Landes und des Landtags möglich ist, Zeichen und Signale auch an Österreich zu senden. Das heißt also, Dinge, die nicht nur NRW direkt betreffen, scheinen hier also auch immer wieder gerne mal von den anderen Fraktionen. Das ist ja etwas, was uns immer wieder vorgeworfen wird. Wir machen Bundespolitik, wir machen Europapolitik, wir greifen in die politische Situation hier in anderen Ländern mit unseren Anträgen ein. Von daher, wenn alle dies möchten, ist dies also auch immer gerne mal möglich. Nein, nein, es ist ja auch begleitend auf Bundesebene. Ich will das nur einmal ganz kurz hier so festgehalten sehen. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, waren das Nico, Frank, Toso, Moni, Olaf. Danke. Also ich bin immer so, okay, man mag mir das vorwerfen, aber ich bin immer so grundskeptisch, wenn so kurz mal eben irgendein Antrag reinflattert, mit dem ich mich nicht sachlich so intensiv auseinandersetzen kann. Dann kommt erschwerend hinzu, warum denn für einen Prozess der NRW-Bank auf einmal der Landtag behelligt wird. Das macht mich noch mal, weil wenn die ansonsten prozessieren, werden wir ja auch nicht gefragt. So, jetzt ganz uninformiert und blöd, wie ich bin, kommt es mir so vor, als würden wir hier einfach vereinnahmt werden für eine Politik, mit der ich eigentlich nichts zu tun habe und auch nichts zu tun haben will und die wir hier sonst immer auch kritisieren, was Bankenpolitik und so weiter hier im Land angeht. Es kann auch sein, dass ich total falsch liege. Das will ich gar nicht ausschließen. Die Frage ist nur, warum lasse ich mich da in die Mithaftung nehmen für so ein Vorgehen, wo doch einiges an Unklarheiten da ist und dann auch mit politischen Risiken behaftet ist, wo ich jetzt für uns ehrlich gesagt nichts zu gewinnen sehe. Das ist einfach die Frage oder eine der Fragen, die ich mir so stelle. Weitere Wortmeldungen dazu? Ich glaube, ich war nach Nico. Okay. Ja, ich fühle mich, also ich bin auch nicht hundertprozentig informiert, schließe ich mir Nico an. Ich fühle mich ein bisschen, als wären wir jetzt hier eine Kommune, die gegen den Kommunalsoli klagt, was ja auch relativ aussichtslos ist, aber was Kommunen gerne machen, um sich halt vor der eigenen Bevölkerung irgendwie, ja, wir haben alles versucht. Österreich hat die Gesetze so geändert, dass sie nicht in die Haft, als Bund nicht in die Haftung gegenüber Kärten treten müssen. Da gibt es einen Untersuchungsausschuss im Parlament, ob das dann alles so richtig ist und hin und her. Auf jeden Fall, Gesetzeslage ist so, dass wir in die Röhre gucken. Aber da kann man natürlich klagen. Meine Frage an die Haushälter ist, hat das vielleicht etwas mit dem kommenden Haushalt zu tun, dass diese Beträge, die man qua Rechtslage jetzt eigentlich abschreiben müsste, nicht abschreiben kann, weil sonst wir irgendwie da Probleme kriegen oder der NRW-Bank Probleme kriegt und dass man jetzt halt so einen Prozess braucht, um zu sagen, ja, wir sind ja noch voll dabei und da kann ja theoretisch noch alles kommen. Da war eine Fragezeichen am Ende. Ich hoffe, dass es angekommen ist. Ich kann, ich habe es notiert. Mach ruhig erst mal weiter. Okay, dann wäre als nächstes Olaf. Danke für das Update der Liste, Simone. Eigentlich war Toso, dann war Moni und dann war ich. Toso habe ich hier hinter der Moni stehen. Ist okay. Ist ja gut. Wollte mich jetzt nur nicht vordrängeln. Das ist alles. Ja, ich bin auch, also ich sehe das auch sehr, sehr skeptisch mit dem Antrag. Aufgrund der, ich muss auch sagen, ich bin nicht bis ins Letzte da informiert, würde demdach sagen, allerbestenfalls kann man mich höchstens dazu stimmen, dem Antrag mich zu enthalten. Also mit draufstehen möchte ich auf gar keinen Fall, denn das sehe ich genauso problematisch wie der Nico. Das ist ein Teil innerhalb von der Wirtschaftspolitik und in der Art, wie mit der Wirtschaft taktiert wird, die ich im Prinzip ablehne. Das heißt, das kann zwar jetzt in einem Einzelfall vielleicht sogar noch irgendwo vielleicht einen Sinn machen, aber dass ich die Sache als Ganzes ablehne, will ich da auch nicht irgendwie in die Haftung genommen werden, sagen, wie Nico das ausgedrückt hat, dass ich hinterher mit der bin, der diesen Antrag gestellt hat und diesem Antrag zugestimmt hat. Zumal, und jetzt kommen wir nämlich zu einer Sache, diese Kärnten da etwas macht, wo ich mich darüber freuen würde, wenn andere staatliche Organisationen bzw. nicht Organisationen, sondern Länder, Bünde, Gemeinden oder sonst etwas Ähnliches machen würden. Und wenn wir jetzt in Nordrhein-Westfalen Probleme damit kriegen sollten, weil wir Anleihen von denen haben, ja gut, dann hat sich das Land irgendwann auf dieses Finanzspiel, was ich allgemein ablehne, eingelassen. Und dann kann man auch verlieren. Aber dann bin ich nicht jetzt der in der Opposition der Regierung hier bzw. den Verantwortlichen für dieses Finanzspiel, dann hinterher wieder sagt, ja, wir stehen da bei euch in der Richtung, dass das, was die dort machen oder was die dort gemacht haben, ist falsch. Das kann ich so erstmal noch gar nicht sehen. Ich glaube sogar, wenn ich mir die Sache weiterhin angucke, da bin ich aber jetzt noch nicht informiert, dass ich das sogar richtig finde, was dort geschieht. Und ich kann mich demnach nicht dagegen aussprechen. Das Einzige, was mir in dem Antrag gefällt, ist, dass man sich dazu äußert, dass die NRW-Bank die Klage führt. Das kann ich noch nachvollziehen von daher, weil es danach eine Rechtssicherheit gäbe. Also ob das überhaupt ist. Also das ist zumindest als Grund damit angeführt. Damit könnte ich mich unter Umständen auch anfreunden, aber das ginge höchstens dann in die Richtung, dass ich mich hinterher bei dem Antrag vielleicht enthalte, aber mit drauf auf gar keinen Fall. Ja, vieles von dem, was Olaf gesagt hat, kann ich mir nur anschließen. Ich hatte ja halt auch auf der Mailingliste diese Fragen gestellt, um das mal in den Vergleich zu setzen. Bei Island haben wir das alle gefeiert, dass sie gesagt haben, fuck you, blöde Spekulanten. Da ging es dann nur noch darum, bitte? Genau, und jetzt sind wir selber einer und jetzt sagen wir, hey, ihr doofen Wichser. Also da müssten wir uns schon so ein bisschen ehrlich machen und sagen, er ist nicht parlamentarischer Sprachgebrauch. Tut mir leid, lieber Streams, tut mir so leid mit dem nicht parlamentarischen Sprachgebrauch. Strafgebrauch. Strafgebrauch. Von daher fände ich da schon spannend, warum jetzt die Klage aus dem Exekutivbereich, wie Nico das so schön rausgearbeitet hat, einmal vom Parlament hier mitbehandelt werden soll oder bestärkt oder wie auch immer werden soll. Das wollen die sonst auch nicht. Also, verstehe nicht. Und vor allen Dingen, das, was ich halt auf der Mailing-Liste auch schon geschrieben hatte, ich hatte da ja nochmal zwei Berichte zu verlinkt, an welcher Stelle, außer natürlich, dass Österreich in der EU ist und Island nicht und da auch nicht mehr hin will, aber an welcher Stelle ist das eine sachlich andere Entscheidung? Weil die Isländer haben ja dann auch beschlossen, hauptsächlich die Kleinsparer durchaus zu entschädigen, aber halt die großen institutionellen Anleger dann nicht. Wobei man dann natürlich bei den Institutionellen auch unterscheiden muss, sind es Rentenfonds, sind es im Endeffekt auch Kleinsparer, aber sind es Großunternehmen und Staaten, da muss man halt auch irgendwann mal sagen, ihr habt gezockt, ihr habt verloren, euer Deckel. Na, also. Okay, Moni, Dietmar, Michel. Ja, ohne dass ich hier den Verdacht erregen möchte, ich könnte da Sachkenntnisse zu beitragen. Prinzipiell nochmal die Frage, wann gehen wir auf einen Antrag? Ja, wir haben das mal diskutiert, dass es auch ein Unterschied ist, ob ich einem Antrag zustimme, aber wann gehe ich selber damit drauf? Ich meine, wir hätten mal gesagt, wenn das für uns sehr wichtige Anliegen sind, die auch, sag ich mal, unsere Politik betreffen, wenn wir hundertprozentig dahinterstehen, also ich glaube, wirklich tatsächlich zu sagen, hey, das ist eine super Sache, Schakka, da sind wir sofort dabei, das sehe ich hier nicht. Insofern bitte ich da nochmal drüber nachzudenken, ob man wirklich sich dann namentlich mit auf den Antrag setzen muss, auch wenn man der eine oder andere eben letztendlich zustimmt, was ja nicht dagegen spricht. Dietmar, du wärst jetzt als Nächster auf der Redeliste? Ja, gerne. Ich war gerade, weil der Antrag jetzt schon in der finalen Fassung vorliegt, aber unterschreiben wir ja noch nicht, wir haben ja noch nicht beschlossen. Ich sehe das gar nicht viel anders, als es hier gesehen wird, allerdings habe ich auch keine Bauchschmerzen, damit den Antrag mitzutragen, also unabhängig jetzt vom Formalien und wann gehen wir drauf oder wann nicht, unabhängig davon, sondern nur von der Sache her. Also ich wollte da zwei Aspekte ganz besonders eingehen. Entschuldige, Dietmar, Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Darf ich insgesamt um etwas mehr Ruhe bitten, denn Konzentration in dieser Sache ist vielleicht nicht ganz unangebracht? Vielen Dank. Dietmar, bitte. Drei. Also erstmal grundsätzlich, alle die bisherigen Wortmeldungen kann ich absolut nachvollziehen. Ich will nicht sagen, dass ich es genau so sehe. Jetzt habe ich natürlich in gewisser Weise einen Informationsvorsprung, als ich mich schon etwas intensiver damit befassen konnte. Bevor ich euch das überhaupt geschickt habe. Muss man ja auch mal so sehen. Und also die Frage der Haftung und die Haushaltsfrage, die hatte Frank aufgeworfen. Inwieweit das Auswirkungen auf den Haushalt haben könnte, wird es natürlich gegebenenfalls indirekt. NRW-Bank ist ja die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen. Und wenn da 300 Millionen abgeschrieben werden müssen, wertberichtigt werden müssen, hat das natürlich durchaus eine Auswirkung auf den Haushalt. Insofern als förderungswürdige Projekte nicht mehr in dem Umfang oder anders gefördert werden müssen. Möglicherweise eben wieder in den Haushalt zurückgekippt werden, eben nicht ausgelagert werden in die NRW-Bank. Aber dann kommen natürlich die Begehrlichkeiten, auch unsere, mit wieder in den Bereich der Haushaltsberatung rein. Das ist ja das, was die Landesregierung in den letzten Jahren versucht hat, eben umzuswitchen. Insofern als eben Förderungen von förderungswürdigen Projekten, Institutionen etc. pp. eben auf Darlehensbasis umgestellt wird. Oder eben jedenfalls in den Hauptaufgabenbereich der Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen, die ja im Eigentum des Landes steht, zu transponieren. Also insofern hat es durchaus eine indirekte Auswirkung, auch der Ausgang des Verfahrens. Denn die Einzelwertberichtigung der Anleihen, die gekauft worden sind, spielen natürlich schon eine Rolle. Entweder die fallen aus oder sie fallen nicht aus. Es geht hier also um die Bürgschaftsfrage. Und da bin ich auch bei dem, was Toso eben meinte, in Bezug auf Island. Wir haben schon eine etwas grundsätzlich andere Situation. Es ist also nicht so, dass jetzt irgendwie so eine Sparkasse oder irgendeine x-beliebige Bank, die da rumgezockt hat, wo also tausende Millionen Sparer ihre Einlagen drin haben, die sie verzockt haben, und sind die leider Gottes ihre Spargraschen los. Die Situation ist das hier nicht. Also das ist schon, insofern ist das schon unterschiedlich. Ja, das ist also die Hypo Adria als große Investmentbank Österreichs, ähnlich wie die West-LB. Ähnlich wie die West-LB. Da ging es auch in erster Linie nicht darum, dass irgendwelche Kleinsparer in den Bach runtergehen sollten. Es sei denn, man wäre der damals von Robert Stein geäußerten Forderung unterlegen, zu sagen, der jetzt bei der CDU ist, genau, lassen wir doch die Sparkassenpleite gehen. Ja, dann ist das eben so. Ist das so, dann ist das so. Also das ist hier nicht die Situation. Sondern die Situation ist einfach die, dass hier Staaten, unter anderem eben auch staatliche Banken, wie die NRW-Bank zur Unterstützung auch der österreichischen Wirtschaft, das muss man ganz klar sagen, Anleihen gekauft haben, um eben diese Hypo Alba Adria für diverse Geschäfte eben auszustatten mit Kapital. Und haben das getan vor dem Hintergrund der Übernahme von staatlichen Bürgschaften. Sonst hätte das die NRW-Bank sicherlich auch nicht getan. Also es besteht ein Vertrauen in staatliche Bürgschaften innerhalb des Europäischen Staatenverbundes. Und dieses Vertrauen wird durch das Verhalten Österreichs, Kärntens, Kärnten, ich weiß nicht, ob man denen einen Vorwurf machen muss, weil wir sind eh pleite. Also bleibt Österreich als Gesamtstaat eben hier in der Verantwortung als Bürger. Und wie auch immer, das ist so ein bisschen die italienischen Verhältnisse. Wir machen uns die Gesetze so, wie es gerade passt. Wenn wir halt das Geld nicht haben, schreiben wir die Gesetze um, müssen nicht mehr bürgen. Das ist natürlich für den Finanzplatz Europa und für den Wirtschaftsstandort Europa, insbesondere aber auch für den innerhalb Europas sehr starken Standort in NRW, ein sehr schlechtes Zeichen, dass Staaten, die sich verbürgen, plötzlich sagen, nö, ihr könnt uns mal, wir zahlen einfach nicht. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wenn wir dann als Piraten sagen, finden wir gut, weiß ich nicht, ob wir das gut finden. Das glaube ich nicht. Also Leute oder Unternehmen oder große Institutionen, die sich Geld ausleihen, die sich Geld darlehensweise geben lassen oder als Anleihen verkaufen, vor dem Hintergrund von Staatsbürgschaften, die einfach ausfallen zu lassen, halte ich persönlich nicht für respektabel. Und von daher, ich würde diesen Antrag, wie gesagt, auf diesem Hintergrund, auch vor dem Hintergrund des Argumentes, welches Olaf angeführt hatte, im Hinblick auf die Klage der NRW-Bank, dass er das für unterstützenswürdig hält. Okay, Entschuldigung. Was allerdings hier nur die Feststellung ist, und hier ist ja die Forderung des Antrags, ist, dass eben Landesregierung und Bundesregierung sich eben innerhalb des Europäischen Verbundes dafür einsetzen sollen, dass eben diese staatliche Haftung eben auch den entsprechenden Stellenwert behält, wie es bisher war. Weil eben sonst eine Schwächung des Anleihmarktes insgesamt, wie aber auch eine Schwächung der Länderfinanzen eintreten würde. Vielen Dank, Dietmar. Michelle Frank. Ja, dreigeteilt. Erstens, man kann der Meinung sein, da hat sich halt jemand verzockt, wie der Toso das gesagt hat, wie der Olaf das gesagt hat. Wenn man irgendwo eine Anleihe kauft, dann ist das immer im guten Glauben daran, dass am Ende ich für die Anleihe auch Geld wiederbekomme oder nach Absprache Geld bekomme. Wenn dann derjenige, dem ich mein Geld geliehen habe, pleite geht, dann habe ich halt Pech gehabt. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, ich lese in diesem Antrag, und es tut mir leid, dass ich das Wort jetzt wiederholen muss, eine Menge Mi, Mi, Mi. Da steht nämlich, ach Mist, jetzt ändert ihr eure Gesetze. Und wir finden das total doof, dass ihr jetzt nicht mehr dafür einsteht, ihr Bundesland Kärnten und vor allen Dingen du, Gesamtstaat Österreich. Wir finden das total doof, weil bei uns ist das ja in der Verfassung ausgeschlossen. Und bei, also steht hier, Haftungsausschluss ist verfassungsrechtlich möglich, das ausgeschlossen, ja, ist toll, das ist eine Tatsache, warum steht das in so einem Antrag? Für mich ist das Mi, Mi, Mi nach dem Motto, ey, bei uns wird es das nicht geben, warum gibt es das bei euch? Und Punkt drei, und da referiere ich ein bisschen auf den Petitionsausschuss, wo wir das häufig so machen, die NRW-Bank will eine Klage einreichen, das soll gerichtlich geklärt werden. Normalerweise ist es so, dass so ein Parlament sich nicht einmischt in so gerichtliche Sachen. Die sollen das doch gerne gerichtlich untereinander klären. Warum müssen wir als Landtag jetzt hingehen und hier so einen Antrag machen, wo steht, wir finden das total doof, da geht uns Geld verloren. Wir finden das total toll, dass die West-LW jetzt klagt gegen die HETA Asset Resolution AG. Okay, aber jetzt ganz im Ernst, liebe Leute, da hat sich halt jemand verzockt und ob es das Land ist oder ein Rentenfonds oder viele Kleinsparer, da ist eine Anleihe aufgenommen worden, die, ja, die Bank ist jetzt pleite. Das soll gerichtlich geklärt werden, wer da jetzt noch was wie zurückbekommt, aber dass sich der Landtag da jetzt positioniert und sagt, ach, das finden wir aber blöd und jetzt muss aber entweder Kärnten oder Österreich oder wer auch immer für das Geld einstehen, sehe ich nicht. Und als Letztes, das, was Moni sagt, keine Begeisterung, bitte nicht auf den Antrag. Da muss ich leider noch was sagen. Nein, Dietmar, ich weiß, dass du da Redebedarf siehst. Es wurde ein Aspekt gelesen. Aber es gibt eine Redeliste und von daher, Herr Frank, und wir reden auch schon relativ lange jetzt zu dem gesamten Top 5. Jetzt sehe ich gerade, es kam da jetzt sogar nachzügig noch etwas hinzu, was mich sehr erstaunt. Wir haben 11.42 Uhr. Ich möchte dieses Thema relativ zügig abschließen. Frank, dann zum letzten Mal Dietmar, und dann würde ich über diesen Antrag abstimmen lassen oder über den Beitritt zu diesem Antrag. Versuche ich das mal. Wir haben hier zwei Positionen, und die sind beide richtig. Und wir können im Prinzip sogar auch beide gleichzeitig einnehmen, weil jeder Investor würde, wenn ihm sein Investment durch die Lappen geht, wenn ihm irgendwas da weggenommen wird, würde klagen, solange er sich einen Anwalt leisten kann. NRW kann sich noch einen Anwalt leisten. NRW-Bank kann sich noch einen Anwalt leisten und sucht halt die Unterstützung der Politik. Da gibt es ja doch durchaus ein paar Verknüpfungen, dass also auch der Landtag sich da in die Bresche schmeißt und guckt, dass das Geld nicht verloren ist. Dem können wir eigentlich als Teil von Nordrhein-Westfalen auch nicht so entgegenstehen. Lass es uns versuchen, in Anführungsstrichen. Das darf meiner Meinung nach, also das, wie gesagt, jeder Investor wird das so machen, auch wenn er das Gefühl hat oder weiß, dass er hat aufs falsche Pferd gesetzt, er versucht es halt trotzdem. Vielleicht kriegt er ja ein paar Brotkuben raus. Insofern kann man nachvollziehen, wenn man da mitmacht. Gleichzeitig darf das aber nicht dazu führen, dass man hier im Innenverhältnis sagt, hurra, wir rechnen jetzt noch fest mit dem Geld, weil wir haben ja hier einen Antrag und wir haben ja ein laufendes Verfahren. Das wäre unehrlich. Das denkt sich zwar Rot-Grün, auch für den Haushalt. Da müssen wir hier intern aber klar sein in der Kommunikation, dass wir praktisch nicht damit rechnen, weil die Gesetzeslage in Österreich ist klar. Wir dürfen hier dieses Geld nicht als möglicherweise bald kommend irgendwie verplanen. Das heißt, zwei verschiedene Positionen, aber es ist durchaus denkbar, beide gleichzeitig einzunehmen. Vielen Dank, Frank. Dietmar, du hast das letzte Wort. Danke, Grumpy. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir uns alle einmal von diesem Anlagegeschäft lösen würden. Gedanklich. Denn wir reden hier gar nicht von dem Geschäft als solchen, nämlich der Anleihe, sondern wir reden von der Bürgschaft, die hier ausfällt. Die Bürgschaft fällt aus. Das ist das Gleiche. Ich denke mal, hier Pfandbriefe, Bundesschatzanleihen, die jetzt zum Beispiel die Kleinsparer betreffen. Deutschland ist mit zwei Billionen verschuldet. Und da ist der große Teil an Anleihen verkauft worden, Bundesanleihen überwiegend. Und Deutschland ändert die Gesetze und sagt, so, ihr könnt uns alle vor die, ändert die Verfassung und sagt, Schluss mit lustig, alles, wir sind plötzlich schuldenfrei, weil wir zahlen nicht mehr. Und damit ist das Thema durch. Kann man machen. Ist dann aber kacke. Ist dann aber kacke. So, und darum geht es hier. Ob ein Staat, ob die Bundesrepublik und die Ländergemeinschaft in Deutschland, aufgrund des föderalen Systems, das so hinnehmen möchte. Oder ob sie eben den auch auf europäischer Ebene durchzuführenden Vorstoß unternimmt, auf Österreich in der Form einzuwirken, dass dieser Haftungsverbund eben nicht nachträglich ohne weiteres aufgehoben werden kann. Auf politischer Ebene wohl bemerkt. Und politisch ist natürlich auch die NRW-Bank. Das ist nicht irgendwie eine Bank. Sondern die NRW-Bank ist ein Teil Nordrhein-Westfalens. Und wir hier im Landtag vertreten das Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben dafür einzustehen, für die Politik, die wir, oder die Möglichkeiten, die Politik bietet, um eben auch in wirtschaftlicher oder in dem Fall eben fiskalischer Hinsicht Einfluss zu nehmen. Wenn wir uns davon zurücknehmen wollen und dieses nicht tun möchten, okay, dann gehen wir eben nicht mit auf den Antrag, sondern es entscheidet jeder so, auch in der Abstimmung, wie er es für richtig hält. Deswegen ist das sicherlich kein Problem, denke ich. Und wenn wir eben nicht mit auf den Antrag, dann gehen wir eben nicht mit drauf. Gut, darüber soll eben abgestimmt werden. Grumpy, ich glaube, die Argumente sind, soweit sie möglich waren, auch in der Kürze der Zeit ausgetauscht. Und ich plädiere dafür. Und sei es drum. Wie ihr das macht, müsst ihr selber wissen. Okay. Dann stimmen wir nun darüber ab, ob wir auf diesen Antrag gehen. Über die eigentliche Aussage des Antrags haben wir jetzt ausführlich diskutiert. Und unser Abstimmungsverhalten auch als Einzelperson ist hiervon natürlich völlig unvoreingenommen weiterhin. Von daher möchte ich euch fragen, gehen wir mit als Fraktion auf diesen dann gemeinsamen Antrag. Ich wiederhole noch einmal ganz schnell den Titel. Das Vertrauen in den bundesstaatlichen Haftungsverbund darf nicht gefährdet werden. Wer der Meinung ist, dass wir nicht mit auf diesen Antrag gehen, der möge dies jetzt per Handzeichen signalisieren. Ich bitte diesen kleinen Kniff etwas zu entschuldigen. Es ging mir auch darum, die Aufmerksamkeit der anwesenden Personen zu überprüfen. Ich bitte darum, die Hand zu lange oben zu lassen, bis die Namen entsprechend protokolliert sind. Wer ist dafür, dass wir mit auf diesen Antrag gehen, möge dies signalisieren? Dies ist momentan eine Stimme. Wer enthält sich bei dieser Frage? Auch hier bitte. Ich sehe drei Anwesende. Vier. Vier. Okay. Muni, kurz. Ich frage das jetzt trotzdem, weil auch wenn sich natürlich jeder im Plenum so entscheidet, wie er will. Ich würde dem trotzdem zustimmen, dem Antrag zum Beispiel. Und Dietmar braucht das ja, wenn er was dazu sagen will. Und wenn jetzt von den 18 Leuten hier 17 Nein sagen und der Dietmar schreit da oben oder sagt, wie wichtig das alles ist, wäre es, glaube ich, für den Dietmar nur fair. Nicht reden. Okay. Okay. Ich bin dafür, dass einer derjenigen, die nicht auf diesen Antrag gehen möchten, zu diesem Tagesordnungspunkt spricht. Richtig. Und an dieser Stelle würde ich vorschlagen, dass dies Michelle tut. Das können wir ja im Laufe der Woche klären. Wir können das ja im Laufe der Woche klären, weil nächste Woche, Dienstag, werden wir ja genau das dann durchkauen. Und jetzt haben wir einen frisch hinzugekommenen Unterpunkt zu Top 5. Dann würde ich jetzt hingehen. Wir haben 11.49 Uhr. Regulär hätten wir Pause gemacht um 11.30 Uhr. Von daher möchte ich jetzt Pause machen bis... Nein, wir machen jetzt Pause, und zwar von 11.50 Uhr bis 12.05 Uhr. Und alles andere wird dann weiterhin im öffentlichen Teil besprochen. Und von daher erst mal bis gleich. Würdest du das bitte als PGF, den anderen PGF mitteilen, dann würde ich doch... Okay. Wir haben zwölf... Wenn der Müller sich mit der Paul beckelt, dann ist es einfach super. Die Frage ist, und das ist ja bei der Endzeit, da sehr unterliebt, ist es gut zu machen oder nicht? Und wir sind noch mitten in Top 5. Lasst uns zügig weitermachen. Und wir haben noch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Westdeutschen Rundfunk Köln, das WDR-Gesetz. Da gibt es einen Änderungsantrag. Und von daher hat jetzt Daniel Schwert das Wort. Bitte. Gekommen ist das gestern Abend um 18 Uhr mit der Bitte, bis heute Morgen eine Antwort zu geben, seitens der SPD, was natürlich ein bisschen sehr kurzfristig ist. Insofern... Ja, die wollten es bis 10 Uhr heute Morgen haben. Das ist halt ein bisschen schwierig, wenn es erst um 18 Uhr kommt. Aber es ist eigentlich eine relativ triviale Sache und auch eigentlich ganz vernünftig. Es geht um den WDR-Rundfunkrat, dessen Zusammensetzung ja mit Hinblick auf das ZDF-Urteil überarbeitet werden muss, weil jene größere Staatsferne das Ziel sein soll. Da hat das Bundesverfassungsgericht Vorgaben gemacht, die es jetzt gilt, umgesetzt zu werden. Nun haben wir die Situation, das WDR-Gesetz soll noch geändert werden. Das ist aber noch nicht geschehen. Aber die Amtszeit des derzeitigen Rundfunkrats endet Ende dieses Jahres. Und wenn das jetzt neu gewählt wird, wird es natürlich noch nach der alten Regelung neu gewählt. Und jetzt ist der Vorschlag, die Amtszeit des derzeitigen Rundfunkrates einmalig um ein Jahr zu verlängern, um einfach die Zeit zu haben, das Gesetz zu überarbeiten und dann den kommenden Rundfunkrat eben nach der neuen Verfasstheit, nach der neuen Anforderungen zu wählen. Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee. Ich habe lange überlegt, ob da irgendein Pferdefuß dran ist. Ich kann keinen finden. Also es ist wirklich da, der Text, der da steht, ist tatsächlich der gesamte Inhalt des Gesetzes, also plus dem Drumherum und danach. Aber das ist tatsächlich der Inhalt des Gesetzes, wo es darum geht, einen einzigen Paragrafen einzufügen. Also ich wäre dafür, wie gesagt, da drauf zu gehen. Von L gibt es auch ein entsprechendes Votum. Ja, Fragen. Ich wollte genau, eine Nachfrage habe ich, aber dann erst Frank. Ich habe auch eine Frage, ich suche gerade, hast du den irgendwo rum, also haben die einen Entwurf geschickt oder so? Ja, die haben einen Entwurf geschickt, ich kann dir den auch weiterleiten. Aber wie gesagt, der Text ist die 57a. Aber ich kann das auch noch mal an die, soll ich? Okay, mache ich. Das erinnert mich an die Diskussion, die wir gerade hatten. Deswegen habe ich mich jetzt auch noch mal gemeldet. Ich sehe inhaltlich auch kein Problem, diesem Antrag zuzustimmen. Sehe gleichwohl die Problematik, da jetzt mit drauf gehen zu müssen, müssen wir nicht. Es ist so, dass die anderen Fraktionen mit drauf gehen werden. Also von der FDP gab es schon ein Votum, soweit ich das mitbekommen habe, von der CDU zumindest gestern Abend, so ein mündliches. Insofern, wird vermutlich ein gemeinsamer Antrag werden. Gut, dann würde ich sagen, wenn es hierzu keine weiteren Nachfragen gibt. abstimmen. Nico? So ähnlich wie bei dem anderen Vorgang mit der Hypo-Alpha-Adria. Warum bringen die das Ding so spät? Warum müssen wir da dann so hü-hot, also mal einfach vorgestellt, wir würden so vorgehen, da wüsste ich aber, was passiert. Ja, das ist ja was anderes. Genau, das ist halt was anderes. Und ich sage mal, wenn die Deadline Ende des Jahres ist, das ist ja nicht das letzte Plenum, was wir nächste Woche haben. Also vor der Sommerpause kriegt man das ja bestimmt auf jeden Fall noch im nächsten Plenum hin. Also ich verstehe jetzt gerade nicht die Hektik, die da in diesem Vorgang da offensichtlich inne wohnt. Ich frage gerade, wenn ich kurz darf, Daniel, weißt du etwas von der Fristdauer? Endet die zum Jahresende oder zu einem Halbjahresende? Ist das vielleicht der Grund für diese Beschleunigung? Ich frage nur gerade, ob sie vor... Grundsätzlich ist der Rundfunkrat für sechs Jahre gewählt. Also jetzt so die genauen Details, ob das schon vor Dezember quasi kritisch wird, aber irgendwann werden natürlich Neuwahlen und Benennungsverfahren und solche Sachen eingeleitet. Vielleicht haben sie vor oder müssten sie es sonst. im Sommer quasi beginnen, damit die Fristen halt da gewahrt ist, damit der am 2. Dezember 2015 zusammentreten könnte. Insofern kann das ein Grund sein, aber ganz sicher bin ich mir da tatsächlich auch nicht. Okay. Sehe ich ähnlich. Nun gut. Stimmen wir nun also darüber ab, ob wir diesem möglichen gemeinsamen Antrag zu einer Gesetzesänderung beitreten wollen. Wer für einen Beitritt ist, möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Ich bitte euch, die Hände so lange oben zu halten. Nein. Nein. Okay. Wer spricht sich gegen einen Beitritt zu diesem Antrag aus? Gibt es Enthaltungen? Bei zwei Enthaltungen? Somit ist das Ergebnis einstimmig. Vielen Dank. Die Wertung wird ja dann im Einvernehmen zwischen allen Fraktionen geschlossen, wo und wie das halt platziert wird. Okay. Sind wir somit am Ende von Tagesordnungspunkt 5 angekommen? Frage ich extra? Oder gibt es eventuell noch etwas aus den Ausschüssen als Entwicklung gemeinsamer Ideen? Nicht wunderbar. Dann würde ich Top 5 schließen und wir kommen zu Top 6, welches sich aus meiner Sicht relativ schnell handhaben lässt. Es geht um einen Umlaufbeschluss für die Teilnahme zur PirateCon, der nicht erfolgreich war. Ich selber bin ja der Meinung, der wäre gar nicht nötig gewesen. Von daher, ich lese es eben vor. Es ist ein Antrag von Frank. Die Fraktion beschließt Vertreter zur internationalen Konferenz PirateCon nach, man möge mir das. Ich muss jetzt verzeihen, Marianske Jatsny in die Tschechische Republik vom 15. bis zum 17. Mai 2015 zu entsenden und übernimmt Konferenz-, Reise- und Unterbringungskosten bis zu einem Betrag von maximal 5.000 Euro. Realistisch sind hierbei ca. 1.000 Euro bzw. 400 bis 500 Euro pro Person. Hierbei ist jetzt nicht eindeutig geklärt, ob es sich um MDL und oder Angestellte der Fraktion handelt. Eine kleine Delegation zu entsenden, hatten wir ja von vornherein auch schon diskutiert und eigentlich auch schon aus meiner Sicht beschlossen. Wenn ich jetzt noch mal hingehe und sage, Antrag ausfüllen, einbringen, Angebote, Hotel, Übernachtung, wie auch immer, schnell mit dazu tackern, sehe ich kein Problem, dass dies möglich sein sollte. Müssen wir das Ding noch abstimmen, würde ich jetzt fragen? Es ist ja alles okay. Ich frage mich nur, was dagegen spricht. Wir reden immer darüber. Gut, dann ist das doch eigentlich klar. Ich wollte ganz bewusst einmal nachgefragt haben. Stimmen wir also über etwas ab, von dem ich sage, dass es nicht nötig ist. Wer dafür ist, dass wir eine kleine Delegation hierhin schicken, möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Ja, trotzdem muss er behandelt werden. So ist das halt. Wer spricht sich dagegen aus? Okay. Wer enthält sich? Bei zwei Enthaltungen. Das ist somit einstimmig angenommen. Vielen Dank. Damit sind wir bei Top 6 durch. Top 7. Das Themenmambel, welches ansteht. Ein Thema hätte ich da gerne gesehen. Das werden wir zeitlich leider wohl kaum noch schaffen. Eventuell doch. Ich gebe erst einmal der Antragstellerin Moni das Wort. Ich war mir gar nicht klar, dass ich das beantragt habe. Aber ist egal. Also wir haben übermorgen Themenmambel. Und ich suche halt wieder ein Thema. Wir hatten ja mal besprochen hier, dass wir uns die Anträge heute anschauen und mal gucken, was vielleicht Spannendes von den anderen Fraktionen kommt. Was vielleicht auch in der Partei kontrovers diskutiert wird. Das fände ich ganz spannend, mal etwas zu machen, wo nicht alle in Mambel sitzen und sagen, jo, da habt ihr recht, jo, finden wir klasse. Das ist dann irgendwie ein bisschen langweilig. Deshalb die Bitte, guckt in eurem Fachbereich mal drüber, ob da irgendwas ist, wo man sagt, hey, das ist ein spannendes Ding, dann könnten wir das nehmen. Die Alternative dazu war, da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal zu, das Thema Diätenerhöhung ins Mambel zu tragen. Das wird bestimmt eine recht spannende Auseinandersetzung unter Umständen. Kann man halt auch machen. Zur Erinnerung, das nächste Themenmambel findet am kommenden Donnerstag um 20 Uhr in unserem Raum statt. Das heißt, wer jetzt ein Thema einbringt oder wie gesagt, wenn wir uns nachher die Anträge der anderen anschauen, möge dann auch bitte bedenken, dies dann am Donnerstag mit zu übernehmen. Toso habe ich gesehen. Ja, wir hatten ja jetzt heute schon mal über das Antragsmambel gesprochen. Wollen wir das bei diesem Themenmambel jetzt auch schon so handhaben, dass wir da noch mal über das Plenum notfalls reden, wenn wir jetzt keinen eigenen Antrag haben, oder kein eigenes Thema, was wir jetzt explizit behandeln wollen, sondern wollen wir jetzt das kommende Plenum vielleicht zum Thema da machen? Oder wollen wir das jetzt erst mal noch zeitlich verschieben? Das würde mich da interessieren. Und ansonsten fände ich es super interessant, wenn wir das aufgreifen würden, wie Moni das sagt, dass wir die strittigen Themen da einbringen. Und da fände ich total klasse, Dietmar? Da fände ich total klasse, wenn wir genau diese Bankengeschichte, die wir ja auch hier intern jetzt mit sehr unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen haben, wenn wir das da vielleicht einbringen. Also ich hätte da Spaß und Zeit dran, aber würde das eigentlich am liebsten machen wollen, wenn der Fachabgeordnete, das wärst du an der Stelle, dann auch dabei wären. Deshalb Frage, ob du könntest und Zeit und Lust dazu hättest. Das ist auch eine Möglichkeit. Moni? Würde das unterstützen. Macht aber nur Sinn, wenn zwei Leute kommen, die unterschiedlicher Meinung haben. Weil ich glaube, nicht viele aus dem Zuschauerraum werden sich auf dieses Minenfeld wagen, ohne dass sie da, sag ich mal genau, wissen, um was es da geht. Also ich fände das gut, wenn ihr das macht, aber nur, wenn ihr beide Zeit habt. Frank, dann Toso. Ja, ich wollte eigentlich nur fragen, Toso, ob dir aufgefallen ist, oder ich weiß nicht, wann du jetzt zur PirateCon fahren wolltest, aber das ist diese Woche. Sprich, wenn du jetzt gerade einen tollen Vorschlag gemacht hast und dann nicht dabei bist, wäre das ein bisschen doof. PirateCon fängt erst am Freitagabend mit Socializing an, was der Grund ist, warum wir auch erst am Freitag losfahren. Übrigens, die preislichen Regionen, in denen sich das da befindet, sind erheblich geringer. Irgendwie, weiß ich nicht, keine 200 Euro pro Nase. Ja, ist schon klar, aber für jemanden, der das hinterher liest, also es werden pro Nase maximal 200 Euro sein. Und ich glaube, wenn Dietmar und ich uns in das Mammel begeben, ist garantiert, dass wir nicht immer einer Meinung sind. Dann braucht ihr die Kassmoderation, zum Aufpassen, auf die Kinderflöten. Ich dachte jetzt mehr an eine Blauherm-Geschichte. Aber ich möchte an der Stelle eine Sache mal klarstellen. Dietmar und ich sind durchaus inhaltlicher, unterschiedlicher Meinungen. Und ich habe mir das nochmal überlegt, was Dietmar heute Morgen gesagt hat. Inhaltlich werden wir da wahrscheinlich nicht zusammenkommen. Trotzdem möchte ich mich bei Dietmar in aller Form für das despektierliche Verhalten mir meinerseits dir gegenüber entschuldigen. Ja, also ist auch völlig ernst gemeint und keine Showgeschichte an der Stelle. Aber ich hätte wirklich Spaß daran. Wir haben jetzt in dieser Fraktionsrunde durchaus bewiesen, dass wir inhaltlich sehr, sehr unterschiedliche Meinungen haben können. Und ich glaube, dass wir das in der Qualität und auch in der guten Form im Mammel fortsetzen können. Da würde ich mich freuen. Ich würde ja gerne Ja sagen, kann aber noch nicht jetzt in diesem Augenblick noch nicht abschätzen, ob ich die Veranstaltung, die ich vorher habe, zu diesem Zeitpunkt bereits habe abschließen können. Schwierig. Na, ich denke mal heute Abend. Ja, das reicht ja. Wir müssen morgen haben können. Ja, gut. Also seid gespannt, was morgen haben können. Ja. Ja, aber verhaftet mich deswegen jetzt nicht, weil ich kann es wirklich zur Stunde noch nicht sagen, ob ich das kann. Das kann ich nicht sagen. Toso, bitte. Ja, genau. Konstruktiver Vorschlag, ausnahmsweise. Wir kündigen morgen an, was wir machen. Sollte Dietmar nicht Zeit haben, dann, also ich habe auf jeden Fall an dem Donnerstagabend Zeit, gehe ich halt mal nicht zum Stammtisch, nicht so schlimm, entlastet die Leute da auch. Dann würde ich halt ins Mammel gehen und vielleicht über die PirateCon in Marienbad sprechen, über die Vorbereitung und den Bericht ankündigen, den wir dann mitbringen. Frank, du fährst auch hin, ne? Den wir dann hinterher dann liefern. Wer kommen kann, um sich zu zanken? Vielleicht können wir uns dann halt auch gemeinsam, wie gesagt, die Anträge der anderen, wenn wir die heute Mittag dann halt in der Übersicht vorliegen haben, da wird sich mit Sicherheit der eine oder andere Punkt finden, über den man für trefflich sich inhaltlich auseinandersetzen kann. Und jetzt gibt es eine letzte, nicht angekündigte Wortmeldung von Lukas zu der Angelegenheit. Um das zu bewerben, könnten wir uns einfach vorher mal so richtig auf Twitter zerlegen und dann halt für den Showdown werben. Das Mikro war jetzt nicht an. Alles gut. Es ist nichts geschehen. Gehen Sie bitte weiter. Von daher sind wir bei Top 7 am Ende der Diskussion. Wir werden abwarten müssen, wie spannend noch die Anträge der anderen werden. Ansonsten gibt es eine sehr schöne Idee, die wir halt aber zeitlich noch prüfen müssen. Somit sind wir bei Top 8, dem Bereich Sonstigem angekommen. Es gibt einen Punkt bei den Terminen. 20.06. ist die Veranstaltung Freiheit statt Angst. Das ist ja in diesem Jahr als Tournee geplant. Ich wollte da ganz kurz Frank. 20.06. Freiheit statt Angst. Kurz die Eckdaten, wann, wo, wie. Ich gehe davon aus, du hast es gerade alles parat. Nein, habe ich jetzt gerade hier nicht, weil das ist noch im Development, sagt man so. Wir haben hier in der Gegend im Moment Köln, das ist aber später. 20.06. ist hier, nee, 30.05. ist Frankfurt. Da startet das Ganze. Insofern bitte ich da auf die auf die Listen zu gucken. Ich gehe aber davon aus, dass wir als Fraktion da natürlich hinterstehen bei der gesamten Tournee und das Thema Freiheit statt Angst und die Demos dieses Jahr unterstützen. Wir können da gerne, aber ich habe keine Beschlussvorlage vorbereitet. Vielleicht können wir das aus dem Hut machen. Umlauf, genau. Ja, wie gesagt, es ist noch in Development. Es ist ein Aufruf da bis ich glaube, bis zum Wochenende sich noch mit Aktionen zu melden, weil dann soll es ein Gesamtkalender, also in ganz Deutschland geht der Aufruf rum, weil dann soll es einen Gesamtkalender geben, wo alles verzeichnet ist. Und ja, also wie gesagt, bitte Meldungen, wir sind im Auge behalten. Aktuelle Termine kommen noch. Okay, dann gibt es Beschlussfraktionssitzungen. Ach so, ja genau, es gibt ein Thema für kommende Woche aufgrund einer nochmal dicker gepackten Tagesordnung, unter anderem der Fraktionärsvorstellung der Vorschläge des Team S. Möchte der Vorstand euch bitten, zuzustimmen, dass wir regulär die Fraktionssitzung kommende Woche nicht um 10 Uhr, sondern um 9.30 Uhr beginnen. dies ist erstmalig der Fall. Dies ist auch wirklich bisher als einzige Ausnahme anzusehen. Ich möchte auch, dass das so bleibt. Gibt es da Gesprächsbedarf? Wünsche? Frank? Wir hatten eben nach Betrachtung des letzten Plenums darüber gesprochen, dass wir uns vorbereiten wollten, um halt zu wissen, wo jetzt die Highlights sind in der Plenarrunde und so weiter. Da bietet sich eigentlich die Fraktionssitzung vor dem Plenum an und das wäre diese für nächste Woche. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall Minimum eine halbe Stunde, besser Stunde konkret einplanen, intensive Vorbereitung für das Plenum. Wenn du dann mit der Zeiteinteilung noch hinkommst mit 9.30 Uhr, dann ist gut. Ja, dazu kommt aber, dass das halt nämlich nicht der Dienstag davor ist, sondern, dass wir oftmals am eigentlichen Plenartag, das wäre dann ein anderer Bereich, dass wir am eigentlichen Plenartag, am ersten, wenn die Redelisten von allen einmal rum sind, uns noch mal für zehn Minuten zusammenhocken, weil aufgrund dessen kann man nämlich noch mal nachträglich bewerten, wo es richtig funken wird. Hierbei geht es halt wirklich einfach mal um die erstmalige, bitte auch einmalige, Geschichte, die Fraktionssitzung um 9.30 Uhr nächste Woche anzusetzen. Es gibt keinen weiteren Redebedarf, von daher möchte ich dies eben abstimmen lassen. Bespricht sich also für eine 9.30 Uhr Sitzung beginnend nächste Woche aus. Der möge dies per Handzeichen signalisieren. Okay, wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bei vier Enthaltungen. Von daher vielen Dank. Noch einmal, das ist eine einmalige Ausnahme und es ist trotzdem eine pflichtige Veranstaltung, von daher sind alle angehalten pünktlich, kommende Woche Dienstag um 9.30 Uhr hier zu erscheinen. Vielen Dank. Dann haben wir den Bereich Eski-Presse. Es gab wieder gestern das Eski-Presse, Mumble, da gab es mehrere Wünsche und Ideen. Ich habe gesehen, Danebott war da, Toso war da, Moni war da. Wer von euch, ich war mobil nur kurz drin und das klappt nie richtig gut, ehrlich gesagt. Ich habe nur gesehen, wer da alles rumsprang. Von daher, Danebott, Toso, Moni, wenn ihr kurz was von der Eski-Presse berichten möchtet. Ich habe drei Namen genannt. Das ist ja ganz schnell gemacht. Also ich war auch nur die letzten 20 Minuten da, weil ja mein Auto nicht mehr so wollte wie ich. Es ging um unsere Anträge. Die habe ich kurz vorgestellt, soweit ich sie kannte. Es gibt zum einen ein relativ großes Interesse, Nico, dass du vielleicht für den Bund auch noch mal was machst, was den Datenschutz auf europäischer Ebene betrifft, inwieweit die Bundesländer betrifft, halt auch in Bezug auf deinen Antrag, dass sie sich wünschten, dass du da vielleicht einen Blogbeitrag oder so zu schreiben kannst, den man auch auf Bundesebene verwerten kann, weil es ja nicht nur ein Thema ist, was NRW betrifft, sondern durchaus ja auch für andere Bundesländer interessant ist. Deshalb sollte ich die Bitte an dich weitertragen und an den Lukas die Bitte. Es ging halt um Freifunk und um Störerhaftung. Ob du vielleicht auch noch mal was schreiben könntest, wie der Stand in NRW ist. Die würden sich einfach sehr, sehr freuen, wenn wir etwas mehr Input lieferten. Und deshalb, das waren die beiden Themen, die man angesprochen hat. Und dann hatte ich mich halt bereit erklärt, das an euch beide weiterzutragen. Und wenn ihr euch da in der Lage seht, vielleicht ein bisschen was zu machen, würden die sich sehr freuen. Vielen Dank. Moni, Toso sehe ich gerade. Oh, Simone, Toso. Ich war jetzt nicht ganz... Ach so, okay. Dazu noch. Also die Presse im Bund funktioniert da im Moment wirklich gut. Und sobald wir Input liefern, verwandeln die das weiter. Das ist für uns einfach ein weiteres Sprungbrett. Das sollten wir nutzen unbedingt. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt einen Antrag oder einen Blogbeitrag haben, sondern wie zum Beispiel unser Kommunalvernetzungstreffen oder solche Dinge, Veranstaltungen, platziert das da, schreibt ihr in eine Mail. Wäre extrem wichtig. Die nehmen das gerne auf. Die sind da quasi begierig, das weiter zu tragen. Und es wäre total toll, wenn wir denen da Futter geben können. Wunderbar. Dann gab es eine kurze zu einem anderen Bereich von Simone. Ja, weil ich jetzt gerade gesehen habe, dass auch noch Veranstaltungen genannt sind. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz an eine weitere Veranstaltung darauf hinweisen. Und zwar ist am Pfingstmontag, am 25. Mai, der March against Monsanto. Hier in Düsseldorf. Jens und ich werden dort reden. Und zwar in Form eines Streitgespräches zwischen dem bösen Monsanto, das bin dann in dem Fall mal ich, und den Gegenargumenten. Ich denke, das wird ganz lustig. Und da würde ich auch herzlich zur Teilnahme einladen. Genere Uhrzeit, weiß ich noch nicht, geht irgendwann mittags los. Vielen Dank, Simone. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz auf die Veranstaltung am 23. Mai zur Zukunft der Wirtschaft im Rahmen der Digitalisierung hinweisen und der Robotisierung, bei der Joachim die Moderation übernimmt. Genau. Diese Veranstaltung ist in Dortmund am kommenden Samstag um... Am übernächsten Samstag. Am übernächsten Samstag um... 9 bis 17 Uhr. 9 bis 17 Uhr. Anmeldungen gehen... An meine Parteiadresse joachim.paul.at piratenpartei-nrw.de Das wird aber noch einmal über Twitter rausgehauen. Und das mache ich heute... Wunderbar. Vielen Dank noch einmal für den Hinweis. Gibt es sonst noch weitere wunderbare Termine, die wir noch schnell... Ich habe mir das gerade nämlich auch noch einmal eingetragen. Okay. Dann wären wir mit dem öffentlichen Teil durch. Wir haben 12.32 Uhr. Ich möchte mich bei allen Anwesenden ganz herzlich bedanken, auch bei allen Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Und dann würde ich jetzt für das kurze Zusammenpacken noch einmal für knapp sieben Minuten unterbrechen bis 12.40 Uhr, damit ich auch eben den vorbereiteten nicht-öffentlichen Teil aus meinem Büro holen kann. Und wir sehen uns nächste Woche wieder hier in dieser Fraktionssitzung. Tschüss. Ciao. Ciao.